Edward Graham, Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes und der Kampf gegen den Meister der List Seine weltberühmten Abenteuer, Folge 27 Gelesen von Peter Bozek Ein geheimnisvoller Mord Der Herbst war gekommen. Ein Scharfer Nordost rüttelte an Fenstern und Türen. Trockene Blätter wehten an die Scheiben, so dass es schien, als pochten leise unsichtbare Hände dagegen. In seiner Wohnung in der Baker Street saß am traulichen Kaminfeuer Sherlock Holmes, der berühmte Detektiv. Im Sessel zurückgelehnt, die Füße gegen die glimmenden, wärmespendenden Holzkloben ausgestreckt, rauchte er gemütlich seine kurze Pfeife. Watson, stopfen Sie sich doch auch eine Pfeife und setzen Sie sich neben mich, rief er in behaglichen Tone dem treuen Doktor zu, der durch das Fenster auf die Straße hinabschaute. Hatte er doch längst von dem großen Detektiv den eigenartigen Trieb zu beobachten angenommen. Watson folgte dem Wunscher Holmes. Nach zwei Minuten saß auch er gemütlich rauchend am Kamin. Holmes, begann er nach einer Weile des Schweigens, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, hätte ich mich längst pensioniert. Warum, mein das, mein lieber Watson? Verzeihen Sie, Holmes, aber mir deucht, dass Sie trotz Ihrer bekannten, wohltätigen Gesinnung doch schon fast ein kleiner Millionär sein müssen. Dass Sie aus diesem Grunde Ihr Leben ausgiebig genießen könnten. Warum begeben Sie sich da immer noch in Gefahr? Sie haben recht, Watson. Doch wenn Sie logisch darüber nachdenken, haben Sie übersehen, dass kein rechter Mann es vermag nur zu leben, um zu leben. Jedem schwebt ein Lebensziel vor. Er will etwas erreichen. Sei es ein Ideal, der es die Menschheit umfasst, sei es sein Selbstzweck. Mein Ideal besteht darin, der Menschheit zu dienen, sofern sie Großes, Edles und Schönes erstrebt. Und alle diejenigen von dieser Menschheit auszuscheiden, welche diese idealen Ziele durch Verbrechen aufhalten. Sie, mein lieber Watson, sind ein hervorragender Arzt und stehen mir immer freundschaftlich zur Seite. Sie werden sich aus eigener Erfahrung herauswissen, dass in der Befriedigung des edelsten Strebens stets der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen, die höchste Belohnung ruht. Holmes, Sie haben wie immer recht, aber halt, da kommt jemand die Treppe herauf. Mrs. Hudson scheint nicht da zu sein, sonst würde sie ihn aufhalten. Er schreitet merkwürdig langsam vorwärts. Und da Sie, Holmes, eben sagten, ich stünde Ihnen stets freundschaftlich zur Seite, so gestatten Sie mir nun einmal, dies zu beweisen und vorauszusagen, was für eine Persönlichkeit uns besuchen will. Holmes lächelte. Langsame, schwere Tritte waren es, welche die Stufen heraufstiegen. Es musste ein Mann sein, der zu der Wohnung des Detektivs emporstrebte und sich zugleich schwer auf das Geländer der Treppe stützte. Sprechen Sie, Watson, entgegnete Holmes. Nun, Holmes, der Mann ist zweifellos ein Bauer vom Lande. Sonst würde er nicht so hart auftreten. Seine Schuhe sind von Nägeln beschlagen, sonst würde man sie nicht so laut hören. Er hat einen weiten Weg zurückgelegt, sonst würde er nicht so langsam heraufkommen. Holmes lachte herzlich, so herzlich, wie er es selten zu tun pflegte. Watson, dadurch beweisen Sie, dass es schon seinen Grund hat, weshalb Sie der Arzt sind und ich der Detektiv bin. Der Mann, der jetzt gleich an meine Tür pochen wird, ist ein Tagesarbeiter in unserer vortrefflichen Stadt. Käme er von außen, so hätte er seinen Festtagsanzug angelegt, dessen Stiefel nicht so hart aufschlügen. Außerdem wäre er mit dem Zuge angekommen und hätte unzweifelhaft vom Bahnhof nach hier eine Droschke genommen. Er würde nicht ermüdet die Treppenstufen schneller empor eilen. Ich meine, dass Sie genug Hilfesuchende bei mir die Treppe haben, hinaufstürmen hören. Der Kommende ist müde und von schwerer Arbeit, aber er ist auch von einem plötzlichen und schweren Unglücksfall betroffen, sonst würde er nicht so mühsam zu mir kommen. Jetzt, Watson, öffnen Sie die Tür, damit der Mann uns findet. Watson sprang auf und befolgte Holmes' bitte. Fast taumelnd, die Hände seitwärts ausgestreckt, als müsse er einen Hals suchen, trat ein bereits bejahter Mann ins Zimmer, der in seiner Kleidung die Kennzeichen eines Zimmermannes oder Tischlers trug. Ohne zunächst ein Wort zu sagen, ließ er sich schwer aufstöhnend auf einen Stuhl fallen. Holmes war aufgestanden und schaute den Ankömmling mit prüfenden Blicken an. Er kannte ihn nicht. »Was treibt Sie zu mir, Mister?« Langsam, als ob er betäubt sei, erhob der Mann seine Augen zu dem Detektiv. »Mr. Holmes«, begann er langsam und schwerfällig, »kennen Sie mich nicht?« »Nein, Mister.« »Seltsam, doch wohne ich nur zwei Häuser von Ihnen links. Ich habe Sie fast täglich gesehen, und Sie kennen mich nicht?« Holmes drehte sich nach Watson um. »Sehen Sie, Watson, so geht es den Städtern. Sie kennen alle Menschen in der Stadt, aber die Mitbewohner Ihres Hauses kennen Sie nicht. Doch«, und er wandte sich wieder dem Besucher zu, »Jetzt erinnere ich mich. Befindet sich nicht an Ihrem Hause ein Schild mit dem Namen »Willie Williams« und darunter »Tischler«?« Der Alte hob seine zitternden Hände, um sie vor Holmes zu falten. »Mr. Holmes, ich habe gehört, dass Sie in Ihrem Gerechtigkeitsgefühl auch den Ärmsten beistehen. Ich habe keinen Laden, sondern wohne nach dem Hofe hinaus und habe dort nur eine kleine Werkstatt. Ich bin seit meines Lebens ein Tagesarbeiter gewesen und bin es heute noch bei meinem Meister John Holtgreen. Ich besitze kein Geld, aber ich bin bereit zu verkaufen, was ich habe, um alles Ihnen zu geben, wenn Sie mir den Mörder meiner Frau herbeiliefern. Denn meine arme Frau ist ermordet. Wie gebrochen sank der Mann nach diesen Worten in sich zusammen. Holmes hatte ihn, ohne eine Miene zu verziehen, angehört. Diesem armen alten Manne war die Frau ermordet? Das erschien selbst dem Weltsdetektiv merkwürdig. »Wie alt ist denn Ihre Frau?«, fragte er gespannt. »Meine Frau ist 48 Jahre alt und ich bin 61«, entgegnete Willie Williams. Holmes schüttelte den Kopf. »Erzählen Sie mir, Mr. Williams, was denn eigentlich vorgefallen ist. Ich kam um sechs Uhr, also jetzt vor kaum einer halben Stunde von der Arbeit nach Hause, in der Hoffnung, meine gewohnte Abendmahlzeit mit meiner lieben Frau einzunehmen. Kinder haben wir ja nicht, wir sind stets allein gewesen. Wie ich aber ins Zimmer eintrete, sehe ich zu meinem Entsetzen mein armes Weib gerade mir gegenüber an der Wand hängen.« Von der schaurigen Erinnerung überwältigt sank der alte Mann in sich zusammen. »Und dann«, ermunterte ihn Holmes mit scharfer Stimme fortzufahren, »dann«, der Alte richtete sich straff empor, »dann sprang ich hierzu, schnitt mit einem Messer, das auf dem Tische lag, den Strick durch, an dem meine Frau hing, und legte sie auf das Bett. Aber sie war völlig starr, der Tod musste längst eingetreten sein.« »Und da meinen Sie, dass Ihre Frau ermordet sei? Liegt es denn nicht sehr nahe, dass sie sich selbst ums Leben gebracht hat?« wandte Holmes ein. »Das ist unmöglich, Mr. Holmes. Meine Frau und ich waren ein Herz und eine Seele, und sie selbst hat unzählige Male zu mir gesagt, dass sie sich als die glücklichste Frau in ganz London fühle.« Einen Augenblick schwieg Holmes, wie in tiefes Nachdenken versunken. Dann begann er wieder. »Besaßen Sie etwa eine Geldsumme im Hause, die einem Mordbuben hätte begehrenswert erscheinen können?« »Nein, Mr. Holmes, meine Frau besaß nicht mehr, als wir für eine Woche an Geld nötig hatten, und diese Summe ist ihr, wie ich bemerkt habe, nicht entwendet worden.« »Unfassbar ist es mir«, und der alte Mann griff mit beiden Händen an seinen Kopf, »warum man meine Frau ermordet hat.« Holmes schüttelte wieder für sich den Kopf. Der alte Mann, von solch schwerem Schlage betroffen, schien seinen Verstand verloren zu haben. Ein paar Mal wandelte er in der Stube auf und ab. »Was sollte er tun?« Seine Menschenliebe übermannte ihn. »Kommen Sie, Williams, ich begleite Sie in Ihre Wohnung, und dann werden wir sehen, wie die Sachen liegen.« Schnell richtete der alte sich auf und legte seinen Arm in den des Detektivs. »Ich danke Ihnen, Mr. Holmes, nun weiß ich, dass mein Weib gerecht werden wird.« »Watson«, bat Holmes, »reichen Sie mir doch bitte meinen Revolver und meine Laterne sowie die Handschellen. Sie selbst folgen mir bitte mit gleichen Instrumenten.« Schon wenige Minuten später standen Holmes und Watson in der Tür zur Wohnung des Zimmermanns. »Halt«, rief er, indem er beide Arme ausbreitete und Williams zurückhielt. »Keinen Schritt ins Zimmer.« Schnell erhob er die ihm bereits von Watson gereichte Taschenlaterne und ließ sie auflammen. Ein Blick überzeugte ihn davon, dass sein Nachbar ihm die Wahrheit gesagt hatte. »Watson«, fuhr er fort, »geben Sie mir bitte doch die Laterne.« Auch dieser brannte sogleich, sodass nur das kleine Zimmer taghell bestrahlt wurde. Holmes wandte sich um. »Bleiben Sie bitte zunächst vor der Tür, damit ich zuerst das Zimmer einer genauen Untersuchung unterwerfen kann.« Gehorsam blieben Williams und Watson zurück. Einen Augenblick verharrte auch Holmes still, das Zimmer und seine ganze Einrichtung mit scharfem Blick überschauend. Vor ihm stand ein Tisch mit einer Kaffeekanne und einer Tasse, Milchgefäß und Zuckerdose. Neben der Tasse lagen Krumen von Zuckergebäck, gerade so, als habe hier soeben jemand seinen Nachmittagskaffee getrunken. Hinter dem Tisch rechts an der Wand stand ein zweischläfriges Bett, auf dem die Leiche der Frau Williams lag. Dicht über dem Bett an der Wand hing ein kleines Regal mit wenigen Büchern. Vorhin befand sich ein breites Buch, auf dessen Rückseite Holmes das Wort »Familienbibel« zu lesen glaubte. Dann folgte ein kleines Heft, in dem er ein kirchliches Gesangsbuch erkannte. Links an der Wand standen ein paar bequeme Lehnstühle mit alten Kissen bedeckt. Ihnen gegenüber befand sich der Kamin, neben dem ein kleines Bett mit Handfeger und Fegeblech seinen Platz hatte. Holmes trat ein und betrachtete die Leiche, neben der noch der Strick lag. Es war zweifellos. Die Frau war seit mehreren Stunden tot. »Dot«, rief Williams, indem er auf einem starken Nagel am Fußende des Bettes in der Nähe der beiden Lehnstühle zeigte, »dot hing sie.« Holmes winkte den sich Vordrängenden energisch zurück und trat selbst an die Stelle heran, in der noch der größte Teil des Strickes an dem Nagel hing. Schnell nahm er das Seil herab. Sein scharfer Blick hatte bemerkt, dass der Nagel aus Eisen, neu und viereckig war. Er prüfte das Seil, das in doppelter Schlinge herabgehangen hatte, und wandte sich dann gegen Williams um. »Haben Sie selbst den Nagel dort eingeschlagen?« »Ja, Mr. Fachthagen. Dort links in der Ecke steht das Bild, das ich daran befestigt hatte.« Tatsächlich lehnte in der angeführten Stubenecke ein großes Bild. Holmes ließ das herabgezogene Seil aufmerksam durch seine Finger gleiten. Dann nahm er ein Messer heraus, schnitt einen Teil davon ab, wickelte denselben vorsichtig in Papier und barg ihn in seiner Tasche. Nun ließ er seine Augen über den Fußboden schweifen, beugte sich hinab und schaute erstaunt um sich. Kopfschütteln kniete er nieder, indem er das Licht seiner Laterne scharf auf die Diele gleiten ließ. »Merkwürdig dergleichen ist mir noch nicht vorgekommen, solange ich denken kann. Ist's nicht, dass habe hier jemand mit einem Besen alles, was Fußspuren heißt, fortgefegt? Dort sind die groben Spuren von Williams zu erkennen, die ganz frisch sind. Hier sind meine Spuren. Aber die der Frau, die doch zweifellos hier am Tische Kaffee getrunken hat, sind entschieden mit einem Besen verfegt.« Um genauer forschen zu können, stellte der Detektiv seine Laterne auf den Fußboden und legte sich der Länge nach auf demselben hin. Erregt durch die Besonderheit der Erscheinung, suchte er aufs Genaueste die Dielen der Kammer ab. Selbst unter dem Bett blieb kein Stäubchen unbesichtigt. Nichts aber schien seine Bemühungen zu krönen. Endlich, am Kamin, richtete er sich verdrießlich auf. Doch wie es der Zufall wollte, stieß er mit dem Haupt an den dort hängenden Handfeger, sodass dieser herabfiel. Im nächsten Augenblicke sprang Holmes auf, hatte sich des Besens bemächtigt und eilte zum Tisch hin, um unter demselben zu fegen. Wie ein Leuchten glitt es über seine Züge. Er hatte entdeckt, dass tatsächlich alle vorhandenen Fußspuren mit diesem Besen beseitigt worden waren. Der Verbrecher hatte den Handfeger benutzt. Die Furchen, die dieser machte, stimmten mit den Vorgefundenen überein. Von der Tür aus war der Besen mit ausgestrecktem Arm an seinen Platz gehängt worden. Holmes sprang auf. »Tretet jetzt ein«, rief er Williams und Watson zu. »Mr. Holmes, was haben Sie entdeckt?« fragte Williams außer sich. »Nichts und vieles«, entgegnete Holmes. »Jedenfalls das eine, dass Sie recht haben und Ihre Frau ermordet worden ist.« »Ja.« »Und«, er breitete beide Arme über den Kaffeetisch aus, »und jetzt weiß ich auch, auf welche Weise.« Er wandte sich in Williams. »Aß Ihre Frau gern Süßigkeiten?« »Mit besonderer Vorliebe, Mr. Holmes, namentlich nachmittags«, entgegnete der Zimmermann. »Ich bemerke es an den Krumen auf dem Tische.« Zugleich eilte Holmes zum Ofen, nahm den kleinen Handfeger dann ein Stück Papier aus seiner Tasche und indem er das Papier über eine Stuhllehne breitete, bearbeitete er dasselbe, es langsam vorwärtsziehend mit dem Besen, um diesen von Schmutz und Staub zu reinigen. Erstaunt schauten ihm Williams und Watson zu. Endlich sagte er wie zu sich selbst, »Es ist gut.« Da nahm er die unter dem Handfeger hängende kleine Blechschippe und fegte sämtliche auf dem Tisch liegenden Zucker- und Semmelkrumen auf letzterer zusammen. Vorsichtig bildete er aus weißem Papier, das er seiner Rocktasche entnahm, eine kleine Tüte, in die er die Krumen schüttete und dieselbe, dann wohl verschlossen, in seine Tasche zu stecken. »Mr. Holmes«, rief Williams, sich schwer auf einen Stuhl neben dem Bett seiner toten Frau hinwerfend und die Rechte derselben in seine beiden Hände nehmend. »Wer hat meine Frau ermordet? Sie sind allwissend und Sie wissen es jetzt schon.« Über Holmes' Gesicht glitt ein Lächeln. »Mr. Williams«, entgegnete er, »dass Ihre Frau auf eine mir noch unbekannte Art ermordet worden ist, sehe ich genau. Erhängt hat sie sich nicht, denn in ihrem Gesicht fehlen alle Spuren der Erdrosselung. Wer aber diese furchtbare Tat vollführt hat, das weiß bisher nur Gott allein.« Und Holmes schaute Williams mit einem sprühenden Blick an. »Wüßte ich's nicht besser, so würde ich sogar behaupten, Sie selbst hätten Ihre Frau ermordet und die Polizei, die wir jetzt sofort rufen müssen, wird möglicherweise auf Sie einen schweren Verdacht werfen.« »Mr. Holmes«, schrie Williams auf, indem er auf seine Knie niedersank und seine Hände gefaltet zu Holmes erhob. »Was sagen Sie da? Wie wäre das möglich?« Holmes schien den Ausbruch dieser Verzweiflung kaum zu beachten. Er hob den alten Mann auf und drückte ihn nieder auf seinen Stuhl. Seine Augen schweiften ratlos im Zimmer umher und blieben plötzlich auf dem Bücherregal haften, das sich über dem Bett befand. »Wo schlief Ihre Frau im Bett?« fragte er. »Hinten an der Wand,« entgegnete stotternd Williams. »Ich dachte es mir,« entgegnete langsam und ernst Holmes, indem er um die schmalen Seite des Bettes ging und die Bücher des kleinen Regals musterte. Dann nahm er das erste Buch, auf dessen Rückseite mit vergilbter Schrift »Familienbibel« stand, herab und durchblätterte es. Auf den ersten beiden Seiten blieben seine Augen haften. Hier war eine kurze Familienchronik aufgezeichnet. Holmes nahm sein Notizbuch aus der Tasche und notierte sich, was er vorfand. Dann schob er die Bibel wieder in das Regal zurück. »Williams«, warnte er sich, »ich an den völlig zusammengebrochenen Alten. Sie halten jetzt Totenwache bei Ihrer Frau. Ich werde, was Sie bisher versäumt haben, für Sie nachholen und das Gericht sowie den Coroner herbeirufen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sich Holmes zum Gehen. »Watson, begleiten Sie mich?« fragte er den Doktor ruhig. Beide trugen ihre elektrischen Lampen in der Hand. Sobald Holmes die Tür des Wohnzimmers hinter sich verschlossen hatte, fiel sein Blick auf die Fußmatte, die vor der Zimmertür lag. Einen Augenblick starrte er darauf hin, dann beugte er sich nieder, hob dieselbe vorsichtig auf und drehte sie um. »Watson, leuchten Sie mir bitte. Was sehen Sie hier auf dieser Fußmatte?« Holmes sowie Watson hatten beide ihre Lampen auf den Vorleger gerichtet. »In der Matte hängen Späne, und zwar Sägespäne,« entgegnete der Doktor. »Ganz genau. Aber bemerken Sie wohl, dass hier, und Holmes bezeichnete mit dem Finger einen länglich gestreckten Umkreis auf der Matte, die Sägespäne festhängen, während sie vom übrigen Teil der Matte fortgefallen sind. Obgleich nichts deutlich mehr zu erkennen ist, will ich doch vorsichtshalber die Länge und Breite dieser Spur, welche die festsitzenden Späne angeben, ausmessen. Vielleicht ist es eine Fußspur.« Zugleich zog Holmes sein Notizbuch aus der Tasche, entnahm demselben ein feines Maß und trug die Größe der abgemessenen Spur in sein Buch ein. Dann erhob er sich und leuchtete unter dem Kopfschütteln Watsons, den Flur bis zur Haustür ab. Hier in der Ecke neben der Haustür stand ein Flurbesen. »Ich dachte es mir«, murmelte der Detektiv. Schnell schritt er dann auf die Straße hinaus und eilte von Watson gefolgt in sein Haus. Hier angelangt, trat er sofort ans Telefon, um sich mit Scotland Yard verbinden zu lassen. »Hier Mac Gordon«, hörte er von drüben. »Hier Sherlock Holmes.« »Fraud Gordon, zwei Häuser von mir ist des Zimmermanns Williams Frau ermordet.« Scheinbar hat sie sich selbst aufgehängt. In Wirklichkeit ist sie vergiftet und dann aufgehängt worden. »Machen Sie den Coroner darauf aufmerksam, damit der Markeninhalt der Frau untersucht wird.« »Kann leider selbst nicht kommen, bin kolossal in Anspruch genommen, werde aber meinen besten Sergeant Brunswick senden. Hoffentlich bearbeitet er die Sache zu ihrer Zufriedenheit.« Holmes hatte danach seine kurze Pfeife ergriffen, sie gestopft, angezündet, sich dem Kamin zugewandt, in welchem durch Mrs. Hatsons Fürsorge noch das Feuer glühte und, indem er sich in seinen Sessel warf, stieß er mächtige Rauchwolken aus seiner Pfeife. Watson zündete inzwischen die Lampe an. Jetzt setzte er sich bescheiden auf einen Gemel zu den Füßen Holmes. Fünf Minuten tiefsten Schweigens vergingen. Dann konnte Watson es nicht mehr aushalten. »Holmes«, begann er. Langsam wandte Sherlock Holmes das Antlitz seinem treuen Gefährten zu. Er hatte in tiefes Sinnen verloren, diesen offenbar ganz vergessen. »Was plagt Sie, mein lieber Watson?« »Holmes«, wiederholte Watson, »wir kennen uns nun bereits einige Jahre lang. Wir haben geradezu Wunderbares erlebt, haben stets die Spur der schwersten Verbrecher entdecken können. Heute aber...« Und Watson schüttelte den Kopf. »Heute ist nicht das geringste Anzeichen vorhanden, und dennoch möchte ich wetten, dass Sie eine Spur gefunden haben. Darf ich etwas Näheres darüber von Ihnen hören?« Einen Augenblick schwieg Holmes, als sei er im Zweifel darüber, ob er seinen innersten Gedanken Watson in diesem Fall enthüllen dürfte. Dann sprang er plötzlich auf, schritt in der Stube auf und ab und begann, »Ich will Ihnen alles sagen, mein lieber Watson, was ich heute Abend gefunden habe.« »Vielleicht ist es gut, wenn Sie orientiert sind. Ich kann nicht leugnen, dass ich zunächst den alten Williams in Verdacht hatte, selbst seine Frau umgebracht zu haben. Ich tat aber dem alten Manne Unrecht. Das erkannte ich in dem Augenblicke, als ich in sein Wohnzimmer eintrat. Deshalb verwerte ich Euch auch den Zutritt. Ich gewahrte nämlich keinerlei Spur in der Stube, als nur die des Tischlers, die ich mir bereits hier eingeprägt hatte. So frisch, wie sie hier war, war sie auch in seinem Zimmer. Der Mann war also, wie er sagte, sofort von dort zu mir gekommen. Sie wissen aber, mit welcher Vorsicht ich das Zimmer untersucht habe. Aber auch nicht das geringste Anzeichen von Fußtritten nicht einmal der ermordeten Frau war zu entdecken. Nur ein Zufall ließ mich auf den Handfeger stoßen. Bei meiner Untersuchung des Zimmers hatte ich selbst alle Spuren verwischt, nur unter dem Tisch waren sie geblieben. Deshalb nahm ich den Besen und fegte mit ihm unter der einen Hälfte des Tisches, wobei ich dann bemerkte, dass die Striche, die ich auf dieser Seite unter dem Tisch ausführte, genau dieselben waren, wie diejenigen auf der anderen Seite. Wie Sie sehen konnten, Watson liefert ein Haarbesen, der durch Staub oder Schmutz gezogen wird, immer eine bestimmte Zeichnung. Nehmen Sie einen zweiten Handfeger und fegen daneben, so werden Sie ein scharf ausgeprägtes zweites Bild bekommen und erkennen, dass, wenn Sie beide Zeichnungen nebeneinander sehen, es sich um zwei verschiedene handelt. Die Tatsache, dass man versucht hatte, jede Fußspur zu verwischen, wobei unbedachterweise auch die der ermordeten Frau mitverwischt wurde, ließ mich darauf schließen, dass hier ein Mord vorliege, der auf keinen Fall von Williams ausgeführt sein könnte, da dieser bei der Arbeit gewesen ist, als seine Frau ermordet wurde. Denn die Körper war bereits steif, als er zu uns kam und wir bei ihm erschienen. Im anderen Falle wären seine Fußspuren nicht frisch und feucht gewesen. Sie werden sich daran erinnern, dass es draußen neblig ist und die Straßen infolgedessen auch feucht sind. Dass aber Frau Williams, bevor sie erhängt wurde, ein Gift starb, erkannte ich bei der Untersuchung des Seiles, an dem sie hing, und an ihrem Gesicht. Zugleich entnahm Holmes seiner Tasche das in Papier gewickelte Stück des Seiles, das er abgeschnitten hatte. Sehen Sie dieses Entchenseil an. Was bemerken Sie daran, Watson? Der Doktor zuckte die Achseln, dann aber sagte er, mir scheint, dass diese Seite des Seiles rauer ist als die andere. Genau, mein lieber Watson. Haben Sie gesehen, dass der Nagel, an welchem die Frau hing, neu, scharf und vierkantig war? Der Mann, der die Frau daran gehängt hat, war schwächlich und klein. Eine Frau von der Größe und Stärke der Ermordeten, hätte er lebend unmöglich dort aufhängen können. Die Frau muss also tot gewesen sein. Dann hat er ihr das Seil um den Hals geschlungen und sie über den frisch eingeschlagenen Nagel mit großer Anstrengung emporgezogen. Er hat dabei nicht daran gedacht, dass die scharfen Kanten des Nagels das Seil auf der einen Seite abschürfen und rau machen mussten. Dass die Frau vorher tot gewesen sein muss und ich bei schärfster Beobachtung keinerlei Wunder bei ihr bemerkt habe, so schließe ich mit Recht auf vorhergegangene Vergiftung der Ermordeten. Die Hauptsache aber ist die, dass im Gesicht der Toten alle Anzeichen einer Strangulation oder Erdrosselung fehlten. Deshalb habe ich vorsichtigerweise alle Krumen vom Tisch gesammelt. Ich hoffe darin Spuren des Giftes zu finden, durch welches Mrs. Williams getötet wurde. Aus demselben Grunde habe ich auch den Coroner auf meine Vermutung aufmerksam gemacht. Als wir nun aus der Tür traten, fiel mein Blick auf die Fußmatte. Wie Sie gesehen haben, war sie an der Unterseite so trocken, dass die Sägespäne herausfielen, während an einer Stelle, auf der sich offenbar eine feuchte Fußspur befand, die Späne festsaßen. Diese Spur, so unbedeutend und undeutlich sie war, habe ich gemessen. Wie ich voraussetzte, fand ich auch etwaige Spuren auf dem Hausflur entfernt. Der Besen, mit dem das Geschehen stand, in der Nähe der Tür. Nur unsere Spuren waren sichtbar. Sie sehen, wir haben es mit einem überschlauen, listigen Verbrecher zu tun, ein Fall, der mich fesselt. Aber Watson, wer war nun der Mörder und hauptsächlich, was war der Grund der Ermordung der armen Frau? Mir scheint, dass in diesem Falle weder Liebe noch Habsucht die häufigsten Triebfedern im Spiele waren. Vielleicht habe ich trotz der Vorsicht des Verbrechers doch seine Spur gefunden, aber nicht da, wo er sie glaubte, verwischt zu haben und sie auch wirklich verwischt hat. Je näher Gott, um so sicherer Gerechtigkeit und Vergeltung. Holmes hatte eben ausgesprochen, als sich ein Konstabler bei ihm meldete. Der Herr Sergeant Brunswick, der sich bei dem Tischlermeister Williams eingefunden, lasse Mr. Holmes fragen, ob er noch herüberkommen wolle, da der Tischlermeister wegen schweren Verdachtes der Ermordung seiner Frau verhaftet worden sei, die Leiche um der Obduktion willen in das Leichenschauhaus gebracht und die Tür des Hauses verschlossen werden würde. Holmes ließ erwidern, es sei bereits über 10 Uhr und er selbst sehr müde. Er lasse Mr. Brunswick für seine Mitteilung danken und sich ihm bestens empfehlen. Eine furchtbare Nacht Holmes hatte sich, nachdem er sich gegen Watson ausgesprochen, in sein Laboratorium zurückgezogen, um die Krumen, die er vom Kaffeetisch der Mrs. Williams zusammengefegt, zu untersuchen. Watson hätte zu Bett gehen können, allein er war zu neugierig auf das, was Holmes ihm etwa nach der Untersuchung der Brocken mitteilen könnte. Er vertiefte sich deshalb in die Lektüre der Zeitungen, um das Resultat zu erwarten. Eine Stunde war verflossen, als Holmes wieder eintrat. Einigermaßen erstaunt blickte er auf Watson, dann begann er, Watson, ich habe oft bemerkt, wie leicht Ihre Neugierde geweckt ist, dass aber Ihr Wissensdurst selbst Ihren Schlaf überwindet, ist doch ein bisschen stark. Um Sie nun nicht länger auf die Folter zu spannen, will ich Ihnen sagen, dass ich tatsächlich, wie ich vermutet, Gift gefunden habe. Die Spuren sind allerdings äußerst gering, entsprechend den wenigen gesammelten Krumern. Auch, glaube ich, erst morgen früh absolute Gewissheit erlangen zu können. Wie mir scheint, ist ein ganz niedriges und scheußliches Gift, nämlich Strichnin, angewendet. So, nun wissen Sie Bescheid und nun machen Sie, dass Sie zu Bette kommen. Auch ich will schlafen gehen, es ist elf Uhr. Watson erwiderte darauf nichts. Er schlich davon und kroch unter die Decke. Auch Holmes war wenige Augenblicke später auf seinem Lager und schlief, wie er es gewohnt war, sofort ein. Die Turmuhren Londons hatten soeben zwei Uhr nachts geschlagen, als der Detektiv durch sein Telefon geweckt wurde. Hier Sherlock Holmes, wer dort? Roberts, Kammerdiener der Frau General Greens, King Street. Was wünschen Sie? Mr. Holmes, kommen Sie bitte sofort, hier ist schreckliches geschehen. Was denn zum Donnerwetter? Ich bin müde und möchte schlafen und drücken Sie sich einmal deutlich aus. Was ist geschehen? Die Frau General Greens ist ermordet. Ich bitte Sie, sofort herüber zu kommen. Ich werde gleich dort sein. In wenigen Augenblicken war Holmes angekleidet. Er schwankte, ob er Watson mit sich nehmen sollte, dann aber sagte er sich, dass es besser sei, den Mann schlafen zu lassen. Seine am Morgen frischeren Kräfte konnten ihm später dienlicher sein. Der Detektiv verließ das Haus und strebte der King Street zu. Glücklicherweise begegnete ihm ein Cap, das er sofort bestieg und mit dem er unter Zusicherung eines guten Trinkgeldes in kürzester Zeit sein Ziel erreichte. Er trat in das prachtvoll gelegene, schlossartige Gebäude ein. Der Kammerdiener der Frau General Greens, der ihn gerufen, empfing ihn an der Pforte. Nachdem Holmes seinen Namen genannt, begann der Kammerdiener ein mindestens siebzigjähriger Mann, wenn auch tief erschüttert, doch mit ernster, ruhiger Stimme, »Mr. Holmes, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Sie werden entsetzlicher sehen. Ich stehe vor einem Rätsel, aber ich hoffe, dass Sie es lösen werden.« Die ermordete Frau General Greens bewunderte sie und hat mich oft beehrt, mit mir über sie zu sprechen. Auch ich habe so viel Großes von Ihnen gelesen, da ich in dieser furchtbaren Stunde nichts Besseres zu tun wusste, als Ihnen zu telefonieren. Holmes reichte dem Alten die Hand, erwiderte aber auf dessen Lobeserhebung nichts, sondern sagte einfach, »Führen Sie mich zu der Leiche.« Beide schritten eine Treppe empor. Hier, der Treppe gegenüber, öffnete der Kammerdiener eine Tür. Das Licht eines elektrischen Kronleuchters strahlte ihnen entgegen, aber unter diesem Licht in der Nähe des Tisches, der vor einem Diwan stand, lag auf der Erde die Leiche einer Kreisin, der offenbar der Hals bis auf den Rückenwirbel durchgeschnitten war. Holmes stand einen Augenblick wie erstarrt, dann wandte er sich an den Kammerdiener und fragte, »Haben Sie das Zimmer schon betreten?« »Nein, Mr. Holmes, ich wollte eintreten, drehte aber zuvor das elektrische Licht an. Sie sehen den Knipser hier links neben der Tür. Natürlich bemerkte ich im Augenblick das Entsetzliche, das Geschehen. Und nachdem ich mich von meinem Schrecken erholt, telefonierte ich sofort an Sie und nach Scotland Yard. »Gut, dass Sie das Letztere auch besorgt haben. Ich will jetzt sehen, was zu tun ist. Folgen Sie mir.« Holmes trat ein und gewahrte sofort neben der Leiche ein großes, blutiges Messer. »Kennen Sie das Messer, Mr. Roberts?« Der Alte beugte sich nieder und betrachtete es. Dann erhob er sich langsam und blickte Holmes verstört an. »Mr. Holmes, das ist ja das Messer unseres Gärtners.« »Ich kenne es genau, denn er hat es seit Jahren benutzt und oft genug damit in meiner Gegenwart die Rosen und andere Sträucher geschnitten.« Der berühmte Detektiv erwiderte nichts. Er trat einen Schritt weiter. Da, rechts unter dem Stuhl, lagen Erdkrumen. Einen Schritt weiter, dem Fenster zu, war wieder Erde zu sehen, fest auf den Boden gepresst. Er beugte sich nieder, beschaute sie, nahm seine Lupe heraus und betrachtete sie noch einmal durch dieselbe. »Berühren Sie nicht diese Spur, Roberts!« Und weiter schritt Holmes zum Fenster. Es war geöffnet, eine Scheibe zertrümmert. Er betrachtete mit scharfem Blick die geöffneten Flügel und war soeben im Begriff dieselben Probeweise zu schließen, als er, zwischen dem Griff eingeklemmt, eine winzige Locke schwarzen Haares bemerkte. Vorsichtig löste er diese aus der Umklammerung, nahm dann sein Notizbuch heraus, riss eine Seite daraus ab und wickelte die Haarlocke ein, sie in eine Tasche des Notizbuches versenkend. Dann öffnete er die Fensterflügel weit, schaute hinab und gewahrte unter dem Fenster eine Leiter. »Kommen Sie, Roberts! Kennen Sie diese Leiter?« Roberts schüttelte sich vor Entsetzen. »Das ist ja unsere Gartenleiter, oh Himmel!« »Sollte gar der Gärtner?« »Alt!« rief Holmes, indem er den Arm des Alten ergriff. »Lebte die alte Frau General für sich allein?« Der Diener fuhr zusammen. »Ähm, nein, Mr. Holmes!« Seine Augen starrten den Detektiv mit Entsetzen an, als kreuze plötzlich ein furchtbarer Gedanke sein Herrn. »Nein, auch der Neffe der Frau General, Mr. Wilkins, wohnt hier.« »Und wie alt ist dieser?« »Ich weiß es nicht genau, aber er wird annähernd fünfundvierzig Jahre zählen. Und wo befindet er sich zurzeit?« »Zweifellos in seinem Club?« »So, so. Wie haben Sie denn von dieser Mordtat erfahren? Sehen Sie doch einmal diese Leiche da.« Und Holmes wies mit ausgestrecktem Finger auf die Getötete, aber seine Augen flammten erforschend über das Gesicht des Kammerdieners. Roberts war mit den Blicken der Hand Holmes gefolgt. Jetzt faltete er die Hände auf der Brust. Über seine welchen Wangen rollten schwere Tränen und langsam wiegte er das Haupt hin und her. »Mr. Holmes«, sagte er dann tief bewegt, »ich erwachte von einem starken Klirren und in der Annahme, dass vielleicht der Kronleuchte des Zimmers herabgestürzt sei, eilte ich halb angekleidet hierher und fand, was Sie da sehen.« Holmes atmete erleichtert auf. Dieser Kreis war entschieden unschuldig. Mit ein paar Schritten stand Holmes vor einem Schreibtisch, dessen oberer Teil einen Schrank darstellte. In der Tür desselben steckte der Schlüssel. Holmes öffnete schnell die Tür, sämtliche Fächer waren leer, nur hier und da lagen einige offenbar unwichtige Papiere. Roberts, der ihm gefolgt war, blickte mit verglasten Augen in den Schrank. »Mr. Holmes«, schrie er auf, »Die gnädige Frau General ist beraubt!« Holmes wollte etwas erwidern, als er durch einen Aufschrei hinter sich veranlasst wurde, sich herumzuwenden. »Mr. Holmes, ich bin miniert!« rief ein Mann aus, der unhörbar eingetreten war und hinter ihm stand, dann aber sogleich wie gelähmt in einen Foteu sank. »Mr. Wilkins«, schrie Robert erschreckt. Holmes hatte schon den Arm des Alten ergriffen und energisch gedrückt. Er wollte sich neben an den so überraschend eingetretenen wenden, als die Haustür aufgerissen wurde und unter der Leitung von Mr. Gordon mehrere Detektive eintraten. Der voraneilende Polizeiinspektor wurde Holmes sofort gewahr. »Ah«, rief dieser lächelnd ihm die Hand entgegenstreckend, »natürlich, wo Scotland Yard antritt, ist Sherlock Holmes schon gewesen und hat die Weide abgegrast. Nun, alter Freund, was haben Sie gefunden?« »Nichts«, wehrte Inspektor. »Hm, ich glaube, Sie dieses Mal überholt zu haben, Mr. Holmes, ich warte nur noch auf meinen Boten.« »Das ganze Haus ist umstellt und wird zurzeit abgesucht.« »Außerdem«, »Mr. Gordons Blick fiel in diesem Moment auf Mr. Wilkins, er stutzte und schwieg, wandte sich dann aber sofort der Leiche zu. Kennen Sie das Messer, Roberts?« fragte auch er, indem er auf den auf das Boden liegenden Mordinstrument wies. »Ich habe Mr. Holmes schon erklärt, dass es das Messer unseres Gärtners sei,« entgegnete Roberts. »Natürlich«, rief Mr. Gordon sofort aus mit dem Finger auf das zerschlagene Fenster deutend. »Der Mörder hat die Scheibe zerbrochen und ist von da ins Zimmer eingedrungen.« »Wahrhaft, hier unter dem Stuhl liegt Erde. Gartenerde und hier, mitten im Zimmer wieder eine Spur, auch Gartenerde.« »Ja«, und der Inspektor war bis ans Fenster vorgeschritten, »natürlich, hier auf der Fensterbank liegt gleichfalls Gartenerde. Und da, eine Leiter, nicht wahr, Mr. Roberts? Die Leiter gehört zum Garten.« Roberts bejahte, »Schleiken wir hinab. Wollen Sie mir folgen, Mr. Holmes?« Holmes kam nicht dazu, etwas zu erwidern, denn in demselben Augenblick schaute der Kopf eines Kunstablers durch das Fenster ins Zimmer. »Mr. Gordon«, begann der Beamte, der in dieser Weise aufgetaucht war, »unter der Leiter wimmelt es von Fußspuren. Wir, meine Kollegen und ich, sind denselben gefolgt. Sie führen in das Schlafzimmer des Gärtners. Der Mann liegt, wie es scheint, rettungslos betrunken im Bett. Aber seine Stiefel standen davor und passen genau in die Spur. Wir haben aufs Sorgfältigste das Zimmer durchsucht, fanden aber nur eine geringe Geldsumme vor, die offenbar dem Trunkenbold gehört.« »Na«, der soeben durch die Tür gekommen war, an »McGordon« heran. »Ach, Miller, gut, dass Sie da sind. Was haben Sie erfahren?« Millers Augen hatten den jungen Wilkins bemerkt, der in sich zusammengesunken da saß, als sei er vom Blitz erschlagen. »Darf ich Sie draußen sprechen, Mr. Gordon?« Der Inspektor gab Holmes einen Wink und schritt mit Miller, von dem Detektiv geleitet, aus dem Zimmer die Tür hinter sich schließend. »Darf ich Sie Mr. Gordon,« begann Miller, »wir haben im Club Mr. Wilkins Nachforschungen angestellt. Mr. Wilkins ist bis zwölf Uhr dort gewesen und soll tausend Pfund im Spiel verloren haben. Weil er nicht zahlen konnte, ist er nach Hause gegangen und hat die Summe geholt. Dann hat er weitergespielt und soll abermals bedeutend verloren haben. Wie viel haben wir nicht in Erfahrung bringen können? »Natürlich, nun ist mir die Sache klar, entgegnete McGordon. Eigentlich ein leichter Fall. Mr. Wilkins hat die Trunkenheit des Gärtners benutzt und den Mord an seiner Tante begangen, die ihm zum zweiten Male eine Riesensumme verweigert. Dass er sowohl die Stiefel wie die Gerätschaften des Gärtners benutzte, liegt auf der Hand. Was meinen Sie, Mr. Holmes, die Geschichte ist zu durchsichtig, nicht wahr? Holmes zuckte schweigend die Achseln. Über dem Haupt des jungen Wilkins brauten sich finstere Gewitterwolken. Der Verdacht gegen ihn verdichtete sich und doch konnte Holmes nicht recht an seine Schuld glauben. Der Aufschrei desselben »Mr. Holmes, ich bin ruiniert« und sein Hinsinken in den Sessel schienen ihm nicht erkünstelt zu sein. McGordon wartete eine Antwort des Detektivs nicht ab. Er öffnete schnell wieder die Zimmertür, trat auf Mr. Wilkins zu und legte ihm die Hand an die Schulter. »Mr. Wilkins, ich verhafte Sie wegen dringenden Verdachtes der Ermordung Ihrer Tante. Wie von einem elektrischen Schlage getroffen«, fuhr Wilkins auf. »Mich«, rief er außer sich und seine Augen erweiterten sich unheimlich, aber das ist ja unmöglich. »Darüber wird das Gericht entscheiden, Mr. Wilkins«, entgegnete ruhig der Inspektor. »Führt den Gefangenen ab, Sie Miller und Sie Piper. »Mr. Holmes, können Sie das stulden?«, rief Wilkins entsetzt, indem er Sherlock Holmes beide Hände ergriff und an seiner Brust zog. »Ich habe mich dem Gesetz zu fügen und Sie, Sir, doch hoffe ich, Sie morgen sprechen zu können. Sie werden dann ruhig geworden sein und Überlegung bilden den besten Weg zur Klärung des hier Geschehenen. Mut, Mr. Wilkins!« Holmes drückte dem Gefangenen, dessen Arme die Konstabler bereits mit Beschlag gelegt hatten, beide Hände. Eine Minute später war der Verdächtige abgeführt. »Sie glauben nicht an die Schuld dieses Wilkins?« fragte McGordon seinen berühmten Kollegen. Zum dritten Male zuckte Holmes die Schultern. »Lieber Freund«, begann er leise, »dieser Spuren hier im Zimmer kommen mir gar verdächtig vor. Sehen Sie doch die Gartenerde unter dem Stuhl? Sie ist dorthin gestreut, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nicht hingetreten und dann unter jenem Stuhle dort. Und beachten Sie hier diese Spur mitten in der Stube. Sehen Sie sich die genau an. Hier ist meine Lupe. Das ist nicht etwa eine Fußspur. Die Gartenerde ist mit der Hand auf den Fußboden gepresst. Sie können die Fingerspitzen der Ränder erkennen, die ich zur Überführung des Mörders für äußerst wichtig halte. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht zerstört werden. Und hier die Gartenerde auf der Fensterbank ist wieder absichtlich hingestreut. Der Mörder der Greisin ist nicht von außen eingedrungen, sondern vom Hause aus. Und die Spuren, die sie täuschten, das zerbrochene Fenster, dessen Scherben mehr draußen als drinnen liegen, die Spuren unten sind absichtlich gemacht. Verdammt, Recht haben Sie mal wieder, rief Mr. Gordon aus. Aber das stimmt genau mit meiner Annahme, dass Mr. Wilkins den Mord an seiner Tante begangen hat. Er ist eben durch die Haustür hereingekommen und hat nach begangener Tat all die Spuren unter und hier absichtlich gemacht. Sherlock Holmes lächelte leise und ließ seine Finger knacken. Mr. Wilkins ist zu alt, lieber Gordon, als dass er solche Eseleien ausführen könnte. Glauben Sie wirklich, dass er nach solcher bestialischer Mordtat noch auf die Suche nach dem Gärtner und die Möglichkeit der Betrunkenheit derselben ausgezogen sein könnte? Freilich werden Sie mir erwidern, er habe den Gärtner betrunken gemacht, aber mein lieber Freund, glauben Sie wirklich, er sei mit der Absicht in den Club gegangen, solch ungeheure Summen zu verdienen und dann seine Tante zu ermorden? Ich sehe hier die unsichtige Hand eines Dritten. Vielleicht wird uns morgen der Gärtner, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat, über die Persönlichkeit dessen, der ihn betrunken machte, etwas berichten können. Lassen Sie nur den Gärtner durch Ihre Leute überwachen. Er darf uns nicht aus den Fingern kommen. Jetzt zuckte der Inspektor die Schultern. Überzeugt war er noch nicht, reichte aber Holmes die Hand und sagte, sehen wir, wer recht hat. Guten Morgen, Mr. Holmes, ich möchte gern noch etwas schlafen, Ihnen wird's ebenso gehen. Holmes lächelte und nickte mit dem Kopf. Die beiden Kollegen, die sich in ihren Anschauungen so oft feindlich entgegenstanden, trennten sich und begaben sich daheim zur Ruhe. Nachforschungen Es war schon gegen Morgen, als Holmes, nachdem er sich des Rockers und der Stiefel entledigt, auf das Bett geworfen hatte. Zwei Stunden mochte er geschlafen haben, als er seine Haushälterin, Mrs. Hudson, in seinem Wohnzimmer sich beschäftigen hörte. Schnell sprang er aus dem Bett und gab noch ein wenig taumelnd seinem Kopf eine kalte Dusche. Er musste hinaus in den Kampf. Ihm blieb keine Zeit zur Ruhe. Alle seine geistigen und körperlichen Kräfte mussten angespannt werden. Ins Zimmer getreten veranlasste er, die erschreckte Mrs. Hudson sofort den Kaffee zu bringen. Wecken sie sogleich Watson, rief er ihr zu und warf sich, nachdem er hastig eine Tasse schwarzen Kaffees gelehrt, in seinen Lehnstuhl am Kamin, in welchem bereits einige Holzscheite knisterten. Seine Pfeife hielt er in der Hand, stopfte sie hastig und legte eine kleine glimmende Holzkohle darauf, die er, sobald die Pfeife brannte, in den Kamin zurückschnellte. Gleich darauf zogen mächtige Rauchwolken durchs Zimmer. Holmes grübelte. Grübelte. Zwei ebenso schreckliche wie wunderbare Mordtaten hatte er gestern geschaut. Den ersten Fall hatte er übernommen, den zweiten nicht. Beide waren so geheimnisvoll, so merkwürdig, so mit feinstem Vorbedacht ausgeführt, wie er ähnliches noch nie erlebt hatte. Was tun? Wo war hier ein Hebel anzusetzen? Um den zweiten Fall brauchte er sich im Grunde gar nicht zu kümmern, aber es war doch so eigenartig für ihn faszinierend. Drauf und dran dachte er, sobald Watson bereit ist, werde ich ihn beschäftigen. Kaum hatte Holmes seine Gedankenreihe beendet, als Watson mit einem fröhlichen Guten Morgen Holmes eintrat. Gut, dass Sie kommen, mein lieber Watson, ich habe Ihnen etwas Interessantes zu erzählen und Ihnen einen sehr wichtigen Auftrag zu geben. Die Affäre von gestern kennen Sie ja, diese Nacht aber ist neu und noch gräulicheres geschehen. Holmes und ich Sie schliefen, unterbrach in Holmes und ich hielt es für besser, sie schlafen zu lassen. Sie müssen frisch sein für den heutigen Tag. Und nun erzählte Holmes Watson die Erlebnisse im Hause der Frau General Greens in der King Street. Dann fuhr er fort. Sie verwandeln sich erschleunigst in die Gestalt eines Bäckerjungen und zwar so jemand zu erkennen vermag, denn Sie sind ja leider in der Baker Street bekannt wie ein junger Hund. Ihre Aufgabe ist es, sich in der Umgebung des Hauses unseres Nachbars William bei allen möglichen Personen der Nachbarschaft zu erkundigen, was das für ein neuer Bäcker gewesen, sei der hier in der Straße und besonders bei Williams Zuckersemmeln angeboten und verkauft und deinem Meister, sie müssen natürlich eine nahe wohnenden nennen, die Kundschaft weggenommen habe. Ach, ich verstehe, Holmes, ich werde mir den Schlingel gut beschreiben lassen. Sehr gut, Watson. Wenn Ihr Versuch glückt, haben wir eine geringe Hoffnung, den absonderlichen Fall zu entwirren. Ich werde mich, nachdem ich noch eine Tasse Kaffee getrunken und etwas genossen habe, nach Scotland Yard begeben. Ich hoffe, dass wir uns zur Frühstückszeit hier wieder treffen. Da wir möglicherweise einen schweren Tag vor uns haben, soll Mrs. Hudson uns zum Frühstück eine Tasse Bouillon und ein Beefsteak mit Ei darüber bereiten. Holmes, rief Watson begeistert, da werde ich mit meiner Aufgabe noch vor der Frühstückszeit fertig, ich spüre schon jetzt Hunger. Holmes lachte leise vor sich hin und rieb sich die Hände. Also vorwärts, der Preis dem Sieger. Gleichzeitig sprang er auf, legte seine Pfeife aus der Hand und eilte in sein Kabinett, um sich für seinen Ausgang anzukleiden. Eine Stunde später traf Holmes in Scotland Yard ein. Er war im höchsten Grad erstaunt, seinen alten Freund McGordon bereits in seinem Büro vorzufinden. Der Inspektor ging ihm entgegen, schüttelte ihm die Hände und rief lachend. Na, Mr. Holmes, etwas habe ich von Ihnen bereits gelernt. Ich weiß, Sie wollen die Gefangenen der vergangenen Nacht sehen. Holmes lächelte. Ich fange an, mich vor Ihrem Geist zu fürchten. Aller weisester der Londoner Polizei Inspektoren, ich bin tatsächlich aus diesem Grunde hier und hoffe, dass Sie mir den Zutritt zu den Gefangenen nicht verweigern werden. Wer könnte einem Sherlock Holmes etwas abschlagen? Aber vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass auch der Gärtner der ermordeten Frau General Greens soeben eingebracht worden ist. Wenn Sie wünschen, können Sie ihn sprechen, das heißt, nüchtern ist der Kerl noch nicht. Auch halte ich ihn für unschuldig. Der Mann ist ebenso unschuldig wie der Tischler Williams. McGordon nickte mit dem Kopf. Brunswick hat sich entschieden übereilt, entgegnete er, jedoch den armen alten Mann freizulassen, ist jetzt die Sache des Untersuchungsrichters. Holmes reichte dem Inspektor die Hand und wandte sich von einem Polizisten begleitet dem Gefängnis zu. Zuerst betrat er die Zelle des alten Williams. Er fand den Mann auf seiner Bettstelle sitzend das Haupt in die Hände gestützt. Williams, sagte er ruhig und freundlich, schauen Sie auf, ich bin es, Sherlock Holmes. Der Alte ließ seine Hände sinken und blickte den Detektiv ernst an. Mr. Holmes, sagte er ohne jede Überraschung, ich weiß, dass Sie mir helfen wollen. Ich kenne Sie als einen Mann, der dem Schuldlosen beisteht, oft selbst mit Gefahr seines eigenen Lebens. Aber Mr. Holmes, seit meine gute Frau tot ist, gibt es für mich nur noch den einen Wunsch, sterben zu dürfen. Ich habe deshalb die Absicht, Ihnen kann ich sagen, mich als Mörder meiner Frau zu bekennen, damit man mich hängt. Dann ist's aus, und ich bin frei von der Last des Lebens, der Arbeit und des Ekels gegen die verbrecherische Menschheit. Williams, Sie werden noch heute frei sein, auch wenn Sie sich als Mörder Ihrer Frau angeben. Machen Sie sich nicht zum Schurken gegen Gott, indem Sie die von Gott eingesetzte Gerechtigkeit hier auf Erden belügen. Sie sind bisher ein Ehrenmann gewesen, jetzt, in Ihrem Alter wollen Sie ein Elender werden? Mr. Williams, reichen Sie mir Ihre Hand, wir beide wollen alles daran setzen, den Mörder Ihrer Frau zu entdecken. Ich bin gewiss, wir werden ihn finden, und wenn dann die Gerechtigkeit zum Sieger gelangt ist, dann werden Sie auch Welt und Menschen wieder mit anderen Augen anschauen. Der Zimmermann war während der Worte des Detektivs aufgestanden und reichte diesem jetzt beide Hände. Ich will Ihnen vertrauen, Mr. Holmes, entgegnete er. Seine großen Augen auf ihn richtend, zu sterben bleibt mir auch dann noch Zeit. Holmes drückte dem Alten die Hände und wandte sich zum Gehen. Zwei Minuten später stand er in der Zelle des Gärtners der Frau General Greens. Er fand diesen schlafend auf seinem Lager. Alles rütteln und schütteln ihn zu wecken nützte nichts. Lachend meinte er zu dem Gefangenen Wärter, der die Zelle des Mannes hinter ihm verschloss, ich lasse mich hängen, wenn der Mann von einem anderen Menschen jemals so viel Blut vergossen hat wie von sich selbst beim Beschneiden und Anbinden der Rosen. Mr. Holmes begann der Gefangenen Wärter, der den Detektiv jetzt zur Zelle Wilkins führte, der unglückliche Mann hier muss sich schwer belastet fühlen, er hat noch keinen Augenblick geschlafen, sondern läuft laut mit sich selbst redend in seiner Zelle auf und ab. Holmes trat ein und sofort prallte fast der Gefangene mit ihm zusammen. Mr. Holmes, wie konnte man mich hier einsperren, glauben auch Sie, dass ich meine Tante ermordet habe? Holmes ergriff Wilkins bei der Hand, zog ihn mit sich fort und drückte ihn zum Sitzen auf sein Bett nieder, während er selbst den einzigen Stuhl der Zelle herbeizog, um sich dem Aufgeregten gegenüber rüberzusetzen. Mr. Wilkins begann er ernst und ruhig. Glauben Sie, dass Sie mit solch aufgeregten Wesen Ihre Freiheit erlangen werden? Sie hätten ein paar Stunden schlafen sollen. Wilkins sprang auf. Ich schlafen? Ich schlafen? Holmes hatte den erregten Mann sofort wieder bei den Schultern gefasst und auf seinen Sitz zurückgezogen. Mr. Wilkins sagte er und richtete seine Augen brennend auf den von Nervosität zitternden Menschen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich selbst zu bezwingen, so kann ich Sie nicht retten, außerdem auch nicht achten. Nicht achten? Nicht achten, Mr. Holmes? Und Wilkins wollte erregt aufspringen, wurde aber im selben Augenblick von Sherlock Holmes wieder niedergedrückt. Mr. Wilkins, noch einmal und zum letzten Mal, fassen Sie sich, wenn Sie ein Mann sind. Nur einen Mann kann ich achten, der in jeder Lebenslage Herr seiner selbst bleibt. Ich weiß ja, Sie sind aufs tiefste erschüttert, Sie haben die ganze verflossene Nacht nicht geschlafen, Sie haben vielleicht nicht wenig Spirituosen zu sich genommen, die ihre Nerven gepackt haben, aber dennoch. Es handelt sich jetzt um ihr Leben und was noch wichtiger ist, um ihre Ehre. Ich kann Sie nur retten, wenn Sie mir ruhig und verständlich meine Fragen beantworten. Er hatte die Hände des Mannes in den seinigen behalten. Wie magnetisierend hafteten seine Augen in denen seines Gegenübers. Mr. Wilkins seufzte tief auf, dann begann er halbleise, als sei eine große Müdigkeit über ihn gekommen. Was wünschen Sie von mir zu wissen, Mr. Holmes? Er berühmte Kriminalist ließ die Hände des Unglücklichen los und stützte mit der Linken sein Haupt, den Ellenbogen auf das Knie setzend. Er tat so, als ob er Wilkins nicht mehr beobachtete, während jedoch seine Augen fest auf dessen Finger gerichtet waren. Erzählen Sie mir von Ihren Familien Verhältnissen, die mir unbekannt sind. Wohl, Mr. Holmes, entgegnete jetzt merkwürdig ruhig Mr. Wilkins. Mein Vater, dessen einzige Schwester meine jetzt ermordete Tante war, lebte als ein wenig begabter Gewürzkrämer in Edinburgh. Seine Schwester meine Tante muss, wie es auch Bilder aus ihrer Jugend beweisen, ein Mädchen von blendender Schönheit gewesen sein. Der General Greens, der zu jener Zeit aus Indien zurückkehrte, wo er fast ein Menschenalter verbracht und sehr reich geworden war, sah meine Tante und hielt trotz seines Alters um ihre Hand an. Meine Eltern drängten die Widerstrebende, deren Eltern bereits tot waren, dem alternden Manne die Hand zu reichen, musste doch dadurch ein Goldregen über die ganze Familie hereinbrechen. Ganz so, wie sie es erwünscht, erfüllte sich diese Hoffnung für sie nicht, umso weniger als die beiden kurz nach der Hochzeit meiner Tante verstarben. Ein halbes Jahr später starb auch der General Greens, nachdem er sein gesamtes Vermögen seiner Frau vermacht hatte. Meine herzensgute Tante, die jahrelang in unserer Familie gelebt und uns Kinder hatte heranwachsen sehen, ja, uns miterzogen hatte, nahm uns nun zu sich in ihr Haus. Sie sagen uns, unterbrach Holmes den Erzählenden, wollen Sie mir nicht mitteilen, wer unter dem Wort uns gemeint ist? Ich verstehe darunter meine ältere Schwester Mary, meinen jüngeren Bruder Harry und mich. Und was ist mit ihren Geschwistern geworden? Meine Tante ließ uns in ihrem Hause erziehen, aber ihre Güte, ihre Nachsicht gegen uns wurden von uns als Schwäche ausgelegt und ausgebeutet. Meine Schwester Mary, kaum 18 Jahre alt, empörte sich zuerst gegen meine Tante. Sie hatte irgendeinen hergelaufenen Menschen kennengelernt, der es verstanden hatte, sie zu überreden, mit ihm nach Amerika durchzubrennen, was denn auch, nachdem es ihr geglückt war, meiner Tante eine größere Summe Geldes zu entwenden, unter heimlicher Mitnahme weniger Sachen gelang. Wo sie dort geblieben, ist uns bis heute nicht bekannt geworden, sie ist jedenfalls verdorben und gestorben. Mein jüngerer Bruder wurde ein noch größerer Leichtsinn als ich. Nachdem meine Tante bedeutende Summen an mich gewandt, die er in Wüsten gelagen und mit leichtfertigen Dirnen verbraucht, gelang es auch ihm, meiner Tante eine bedeutende Summe abzuknöpfen und dann nach Amerika durchzubrennen. Von ihm haben wir gehört, aber nichts Gutes. Wenn er noch lebt, wird er Sing Sing wohl nie wieder verlassen. Nun, Mr. Holmes, ich will mich nicht beschönigen. Bisher hatte Holmes dem Gefangenen ruhig zugehört. Nun aber war er plötzlich aufgesprungen und ging, sich die Hände reibend gleichfalls aufgeregt in der Zelle auf und ab. Welcher Gedanke war ihm plötzlich gekommen? Ja, so musste es sein, da lag des Knotens Lösung. Wilkins hatte Holmes schweigernd und erstaunt nachgeblickt. Doch schon hatte der Letztere sich gefasst und sich wieder in fälliger Ruhe auf den Schemel niedergelassen. Erzählen Sie weiter, Mr. Wilkins, Ihre Geschichte hat mich merkwürdig angeregt. Ich bin auf den Schluss neugierig. Kann es eine edlere Frau geben wie meine Tante, die ihren verkommenen Neffen ein Vermögen opfert und trotz aller gebrochenen Versprechungen immer wieder Nachsicht übt? Und Mr. Wilkins erhob sich und ging die Hände auf den Rücken gelegt, das Haupt gesenkt langsam in der Zelle auf und ab. Mr. Holmes, auch ich bin ein Lump gewesen. Wenngleich ich meine Tante nie bestohlen habe, sie hat mir versprochen, mir ihr Vermögen zu hinterlassen, wenn ich das Spielen aufgeben wolle und gab mir ein überreichliches Taschengeld. Ich hätte bei einigermaßen vernünftiger Lebensweise brillant auskommen können, allein der Spielteufel verlockte mich nicht mehr, nein, er saß in mir und gebot mir. So habe ich auch gestern bis zwölf Uhr nachts in unserem Club gespielt. Ich hatte eintausend Pfund verloren und ging, da der Club in der Nähe unseres Hauses liegt und ich wusste, dass meine Tante nie vor ein Uhr zu Bett zu gehen pflegte zu ihr, um sie um die tausend Pfund zu bitten. Meine Tante schüttelte über meinen Bericht traurig das Haupt, erhob sich dann trotzdem, um mir das Geld zu geben. Henry, sagte sie, du bist mit deinen 45 Jahren noch ein Kind, das nie gelernt hat, wie schwer es ist, einen Penny zu verdienen. Es ist die höchste Zeit, dass du eine ernste Tätigkeit beginnst, sonst machst du uns beide arm. Damit schloss sie ihren Schrank auf und nun prallte ich förmlich zurück. Tante, rief ich fast erschreckt, woher hast du die ungeheure Summe, die du in deinem Schranke deponiert hast? Wie? Wenn sie dir gestohlen würde? Ja, mein Junge, entgegnete sie fast traurig, das ist der Rest meines Vermögens. Mir sind in den letzten Tagen geheimnisvolle Warnungen zugekommen über die Unsicherheit der Bank, in der ich mein Vermögen deponiert hatte. Ich habe es deshalb von dort zurück gezogen, um es morgen anderweitig unterzubringen. Da die Zeit drängte, hielt ich mich nicht länger auf, sondern eilte mit dem empfangenen Gelde, den gleichen. Unverantwortlicherweise war ich so leichtsinnig, wieder zu spielen. Als ich jedoch abermals verlor, hörte ich auf und ließ mir eine Flasche Sekt geben, um diese in einem Hinterzimmer allein für mich zu leeren, wobei mich noch ein kurzer Schlaf überfiel. Ach, als vernünftiger Mensch hätte ich sollen bewaffnet im Zimmer meiner Tante Wache halten? Fast unbewacht lag ja ihr und damit auch mein Vermögen dort im Schrank. Als ich nach zwei Uhr zu Hause ankam, war das ungeheuerliche Geschehen. Meine Tante war ermordet und ich ruiniert. Mit diesen Worten ließ sich der unglückliche Mann laut aufstöhnend auf seinen alten Platz zurückfallen. Der Mord ist ohne Zweifel vor zwei Uhr geschehen, begann Holmes nachdenklich. Das Blut war bereits erstarrt und tief in den Fußboden eingesogen. Sie haben jedenfalls, als sie um zwölf Uhr ins Haus eintraten, versäumt, die Haustür hinter sich abzuschließen. Hinter ihnen hat sich der Mörder eingeschlichen und seine grausige Absicht ausgeführt. So ist es, Mr. Holmes, Sie haben Recht. Und jetzt blickte der Gefangene zu Mr. Holmes mit tränenfeuchten Augen auf, indem er ihm zugleich beide Hände entgegenstreckte. Und nun glauben Sie nicht mehr, dass ich der Mörder sei? Nein, entgegnete der Detektiv, indem er die Hände des Unglücklichen drückte. Ich glaube sogar, den verruchten Mörder jetzt zu kennen und ihn auch zur Strecke bringen zu können. Holmes erhob sich. Bemühen Sie sich nun, recht ruhig zu werden. Versuchen Sie, ein wenig zu genießen und dann zu schlafen. So Gott will, sehe ich Sie bald wieder und dann wird die Stunde Ihrer Befreiung nicht mehr fern sein. Nur sagen Sie mir noch, bei wem Ihre Tante ihr Vermögen deponiert hatte. In der Bank von Wilster und Co. Gut, nochmals, auf Wiedersehen. Und Holmes verließ den Gefangenen, um wenige Minuten später bei seinem alten Freunde Mac Gordon einzutreten. Nun, fragte dieser gespannt, was haben sie entdeckt? Einen Unschuldigen Der Inspektor lachte leise in sich hinein und entgegnete. Lieber Freund, ich hatte von Anfang an alle Segel gespannt, Ihnen diesmal den Rang abzulaufen, wie ich Ihnen übrigens im Hause der Generalin bereits zu bemerken die Ehre hatte. Bevor sie noch irgendetwas unternommen, brachte ich durch Miller heraus, was ihnen bereits über Wilkins bekannt ist. Dass dieser unter der Firma des Gärtners den Mord begangen, ist zweifellos. Wie mir berichtet worden, schläft der unglückliche Gärtner noch. Er muss einen riesen Rausch oder ein betäubendes Mittel durch Wilkins erhalten haben, der wird sich schön wundern, wenn er zur Besinnung kommt und sich dann in so sicheren Händen befindet. Aber seine Verhaftung war notwendig, da es darauf ankommt, ihn an jeder Besprechung mit einer dritten Person zu verhindern. Doch nebenbei gesagt, was die alte Mrs. Williams anbetrifft, haben Sie mal wieder Recht gehabt, ich erhielt soeben die Nachricht, dass die Frau vergiftet ist. Mit Strich Nien. Verdammt, auch das wissen Sie? Fast sollte man glauben, sie selbst wären der Täter. Holmes rieb sich leise lachend die Hände. Ja, sehen Sie, Mac Sache. Ihr Staatsangestellten habt dergleichen nicht nötig. Die Sache Williams hat ja für mich gar kein Interesse, wie sie annehmen werden, da der arme Tischler kein Geld hat, mich zu honorieren. Anders liegt die Sache Greens. Da ist ja Mammon. Sherlock Holmes hatte diesen letzten Worten lauernd und mit eigenartigem Ausdruck gesprochen. Mac Gordon zuckte die Achseln. Die Verhältnisse der Generalin sind mir nicht bekannt, doch ist ein gewisses Vermögen anzunehmen, wie ja auch das Haus zweifellos ihr Eigentum ist. Sehen Sie, alter Freund, meine Allwissenheit hat auch ihre guten Seiten. Damit Sie diese aber im ganzen Umfange schätzen lernen, will ich Ihnen anvertrauen, dass mir bereits der Mörder sowohl der Generalin als auch der der Tischlers Frau bekannt ist. Hoffentlich bringe ich ihn eher hierher, bevor Sie noch aus Mr. Wilkins herausbekommen, dass er der Mörder seiner Tante gewesen ist. Der Inspektor schaute Holmes mit offenem Mund und starren Augen an. Bevor er jedoch ein Wort zu erwidern vermochte, hatte der Weltdetektiv sich erhoben, seine Hand gedrückt und sich entfernt. Vor der Tür blieb er einen Augenblick stehen. Tausend auch, sagte er leise für sich und sich lachend die Hände reibend, da habe ich am Ende ein bisschen zu viel behauptet, aber in größerer Bestürzung habe ich den alten Knaben, der sich selbst für den größten Fuchs einschätzt, noch nie gesehen. Dieses Vergnügen werde ich nicht vergessen, doch nun schnell vorwärts, denn ist meine Annahme richtig, so heißt es eilen. Mir könnte der Verbrecher entwischen, er hat gar zu viel Geld in die Hände bekommen. Und Holmes eilte zur Straße hinab, um eine Minute später ein Cap zu besteigen und dem Kutscher die Adresse der Frau General Greens zuzurufen. Eine Viertelstunde danach stieg Holmes an seinem Ziele ab. Der alte Roberts kam ihm tiefgebeugt entgegen. Mr. Holmes, Gott sei Dank, dass Sie kommen. Meine alte gute Herren liegt noch nicht im Grabe und schon war die Polizei da, um alles zu versiegeln. Holmes drückte dem Alten die Hand. Mein lieber Roberts, die Polizei ist in ihrem Recht. Wir dürfen ihr nicht zürnen. Sie muss das etwa noch vorhandene Vermögen dem Erben sichern. Der Erbe? Ist denn Mr. Wilkins der Erbe? Mr. Holmes, Sie können freilich nicht wissen, dass Mr. Einige Verwandte und Erbe der Frau General ist. Soviel ich aber weiß, hat sie ihm ihr gesamtes Vermögen vermacht. Gut, Mr. Roberts, begleiten Sie mich. Die Polizei hat zwar, wie Sie sagen, alles versiegelt, für mich aber gibt es keinen Siegel noch Schlösser. Zeigen Sie mir das Wohnzimmer des Mr. Wilkins. Ohne etwas zu erwidern, schritt Roberts dem Detektiv voran. Nachdem sie eine Treppe erstiegen hatten, wies der Alte schweigend auf eine Tür, die tatsächlich versiegelt war. Holmes entnahm seiner Tasche ein Fläschchen, gefüllt mit einer kristallklaren Flüssigkeit und ein äußerst feines Instrument. Er schien auf diesen Fall vorbereitet gewesen zu sein. Nachdem er hinter eines der beiden Siegel ein paar Tropfen der Flüssigkeit aus dem Flakot hatte fallen und dann wohl aus dem kleinen Instrument einen äußerst feinen fadenartigen Draht und ließ diesen straffgespannt vorsichtig hinter dem Siegel hinabgleiten. Dann, nachdem er Flasche und Instrument wieder in seine Tasche geborgen hatte, zog er einen eigenartig geformten Dietrich daraus hervor, steckte ihn in das Schloss und öffnete einen Augenblick später die Tür. Folgen Sie mir Roberts, ich Untersuchungen vornehmen, sie können mir möglicherweise einen wertvollen Dienst leisten. Der Alte folgte ihm, verwundert den Kopf schüttelnd. Holmes Benehmen kam ihm sehr merkwürdig vor. Holmes hatte mit einem einzigen Blick das Zimmer und seine Ausstattung in sich aufgenommen. Nun schritt er an einen Schreibtisch heran, in welchem scheinbar sorglos der Schlüssel stecken gelassen war. Er öffnete die Schubladen und fand sie ziemlich gefüllt. Eine Reihe von Briefen glitt durch seine Finger. Sie waren von Freunden und Freundinnen geschrieben. Sherlock Holmes hatte für sie kein Interesse. Hier lagen Rechnungen, da Quittungen. Plötzlich richtete er sich überrascht auf. In einem der Fächer hatte er eine Reihe von Fotografien entdeckt. Da ist's, was ich suchte, sagt er leise für sich und umfassender als ich's zu finden hoffte. Die Bilder stellten nämlich Mr. Wilkins in verschiedenen Lebensjahren vor. Sehen Sie, Roberts, diese Fotografien nehme ich an mich. Ich hoffe, Sie werden mir dazu dienen, den Mörder der Frau General zu entdecken. Ach Gott, Mr. Holmes, glauben Sie wirklich? Halt, Roberts, von einem Glauben ist nicht die Rede, sondern von einem Wissen. Und das mag Sie beruhigen, dass ich für meine Person weiß, dass Ihr Herr Mr. Wilkins den Mord nicht begangen hat. Wollen Sie mir aber helfen, den Verbrecher zu entlarven und ihn dingfest zu machen, dann schweigen Sie gegen jedermann von alledem, was Sie hier gesehen und gehört haben. Holmes reichte dem Alten die Mr. Holmes, Mr. Wilkins mag leichtsinnig sein. Ich habe darüber nicht zu rechten. Das aber kann ich Ihnen sagen, er ist von Herzen gut und mir immer ein lieber Herr gewesen. Er hat den Mord nicht begangen, dafür lege ich die Hände ins Feuer. Ich weiß schon, Roberts, entgegnete der berühmte Kriminalist, also Sie schweigen unbedingt. Nun kommen Sie, damit wir das Zimmer schließen und alles wieder in Ordnung bringen. Die Fotografien, die ich an mich genommen habe, erhält Mr. Wilkins bestimmt zurück. Holmes hatte während dieser Wort in Begleitung des alten Diener das Zimmer verlassen. Wenig Minuten später war die Tür wieder verschlossen und das Siegel so kunstgerecht befestigt, dass niemand hätte das vorhergegangene Ablösen bemerken können. Einen Augenblick blieb der große Detektiv dann sinnend vor der Tür der Ermordeten stehen. Sollte er nochmal eintreten und auch hier erneute Nachforschungen aufnehmen? Nein, es hatte keinen Zweck. Der Name des Bankiers, bei dem die Frau General ihr Geld deponiert gehabt, war ihm ja bekannt. Es kam ihm jetzt nur darauf an, die Höhe der entwendeten Summe zu erfahren. Nachdem er sich von dem alten Kammerdiener verabschiedet hatte, verließ er das Haus, um zu Wilster und Co. zu fahren. Eine Viertelstunde später traf er dort ein, überreichte dem Kassier seine Karte und bat zugleich, den Leiter des Geschäfts unter vier Augen sprechen zu dürfen. Verdutzt blickte der Kassierer den Weltdetektiv an. Mr. Holmes, so habe ich wirklich die Ehre, Sie, von dem ich so viel gehört und gelesen, einmal von Angesicht zu sehen. Gleichzeitig streckte er dem Besucher beide Hände entgegen. Kommen Sie, ich führe Sie selbst ins Büro unseres Chefs. Einen Augenblick danach stand Holmes Mr. Willster gegenüber. Nachdem der Kassierer ihn vorgestellt, eilte jener auf seinen Posten zurück. Mr. Willster war aufgesprungen, reichte Shulk Holmes die Hand und bat ihn Platz zu nehmen. Was führt Sie zu uns, Mr. Holmes? Das Erscheinen ihrer so viel beanspruchten Persönlichkeit kann nicht ohne wichtige Bedeutung sein. Holmes neigte zustimmend das Haupt. Mr. Willster haben Sie von der Ermordung der Frau General Greens gehört. Heute Morgen las ich über das traurige Ereignis. Die Dame war viele Jahre hindurch meine Klientin. Persönlich habe ich sie kaum kennengelernt, aber sie begreifen, dass mir ihr plötzliches Ableben sehr leid getan hat. Hätte ich voraussehen können, dass sie die bedeutende Summe, die sie bei uns abhob in ihrer Wohnung behalten würde, wie es offenbar geschehen ist, so würde ich sie entschieden davor gewarnt Holmes nickte. Das gerade ist es, was mich zu Ihnen führt, Mr. Wilstern. Ich möchte gern von Ihnen erfahren, wie groß der Betrag war, den sich die unglückliche Frau von Ihnen hat auszahlen lassen und ob sie zur Zeit noch einen Teil ihres Vermögens bei ihnen deponiert hält. Leider hat die Frau General ihr gesamtes Guthaben im Betrage von 30.000 Pfund abgehoben. Warum sie es getan, ist mir ein Rätsel. Das Warum kann ich Ihnen erklären, entgegnete Holmes. Die Frau General ist durch Briefe vor Ihnen gewarnt worden. Offenbar hat man ihr einen nahen Zusammenbruch ihres Geschäftes vorgeschwindelt. Mr. Wilster war aufgesprungen. Wer hat das getan, rief er empört und die Zornesade auf seiner Stirn schwoll an. Der große Kriminalist lächelte leise in sich hinein und winkte dem Bankier beschwichtigend mit der Hand. Mr. Worster, wenn ich das wüsste, dann könnte ich Ihnen auch den Mörder der Frau General nennen. Ich glaube ihn zwar zu kennen. Natürlich er liederlicher Neffe dieser Wilkins, der Gott sei Dank hinter Schloss und Riegel sitzt. Der Weltdetektiv schüttelte Ernst den Kopf. Der arme Mann hatte gar keinen Grund zu solcher Scheußlichkeit, denn die alte Dame hatte stets für ihn ein offenes Herz und eine viel zu offene Hand. Nein, Mr. Wilster, den Mörder haben wir anderweitig zu suchen. Und so Gott will, werde ich ihn finden. Wenn Sie der Gerechtigkeit einen Dienst erweisen wollen, so möchte ich Sie bitten, mir das Verzeichnis über etwaige hohe Noten, die Sie der Frau General ausbezahlt haben, vorlegen oder sie abschreiben zu lassen. Sie werden solche schwerlich unnotiert ausgegeben haben. Natürlich sind dieselben gebucht, sagte Wilster und nahm sein Zimmertelefon zur Hand. Mr. Victor, rief er hinein, übermitteln Sie mir sofort die Nummern der Banknoten, die der Frau General Greens King Street gestern morgen ausbezahlt worden sind. Wenige Minuten später trat ein junger Mann ein und überbracht ein Papier mit einer ansehnlichen Aufzeichnung von 100 Pfund Noten. Holmes nahm sie dankend in Empfang, erhob sich sofort und verabschiedete sich von dem Bankier. Gordon, Gordon, murmelte er lächelnd vor sich hin, wie hast du Alter Fuchses unterlassen können, nach dieser Richtung Hin Nachforschungen anzustellen, vielleicht nur aus dem Grunde, weil du dir fest einbildest, der arme Wilkins habe den Mord begangen und das Vermögen der Generalin verborgen? Und damit begab er sich auf den Heimweg. Sein knurrender Magen und seine Hoffnung, von Watson etwas zu erfahren, trieben ihn schleunigst nach Haus. Enthüllungen Holmes hatte tief in Sinnen verloren, den Weg nach seinem Heim bereits zur Hälfte zurückgelegt, als ihm plötzlich ein Gedanke kam. Wie konnte ich das übersehen? sagte er zu sich selbst und ein Cap heranwinkend sprang er hastig hinein. Einen Schilling mehr, wenn Sie mich so schnell wie möglich zur Bank von England fahren, rief er dem Kutscher zu. Holmes vor der Bank angelangt, eilte an den Schalter des Kassierers. Dort war er eine bekannte Persönlichkeit. Mr. Holmes fragte halblaut der Beamte, was treibt sie zu uns her? Mr. Older, sehen Sie sich bitte diese Liste von Banknoten an. Ich möchte gerne wissen, ob die eine oder andere heute morgen bei ihnen gewechselt worden ist. Erschreckt nahm der Kassierer die Liste in die Hand, schüttelte den Kopf und reichte sie weiter. Nehmen Sie Platz, Mr. Holmes, die eingegangenen Scheine sollen sofort nachgesehen werden. Holmes zog sich ein wenig zurück, um bereits hinter ihm wartenden Raum zu geben. Nur wenige Minuten hatte er indessen verweilt, als er mit der Liste zugleich die Nachricht erhielt, dass unmittelbar nach Eröffnung der Bank zehn der hundert Pfund Noten in geringere Scheine und Gold umgewechselt seien. Seine Nachforschung ergab, dass ein alter Herr mit langem grauen Vollbart und Schlapphut der Präsentierende gewesen sei. Sehr gut, murmelte Holmes vor sich hin. Der Mörder hat eine Maske getragen, doch scheint er sich völlig sicher zu fühlen. Möglich, dass er in dieser Maske wieder auftaucht, wahrscheinlich aber, dass ich sie da finde, wo er es nicht ahnt. Holmes hatte die Bank schnell verlassen und fuhr nunmehr der Baker Street zu. Vor seinem Hause angekommen stieg er aus, entlohnte den Kutscher und eilte die Treppe hinauf. Watson kam ihm entgegen, doch Holmes winkte ab. Schweigen Sie, lieber Watson, rief er, für die nächste halbe Stunde will ich weder etwas hören noch sagen. Der Hunger frisst mich bei lebendigem Leibe auf. Melden Sie unserer Wirtin Mrs. Hudson, dass sie uns sofort ein tüchtiges Beefsteak bringen soll und Sie, wenn Sie noch so viel Kraft besitzen, entkorken eine Flasche Rotwein heute zum Frühstück. Wir wollen es uns schmecken lassen. Ich denke, wir haben noch einen heißen Tag vor uns. Zugleich warf sich Holmes in seinen Lehnstuhl am Kamin, die Füße wie immer weit von sich streckend. Watson erwiderte nichts und zuckte nur ungläubig mit den Schultern. Erkannte Holmes nur zu gut. Schnell sprang er die Treppe hinab, sich seines Auftrages zu entledigen. Tatsächlich war fast eine halbe Stunde verflossen, bevor Holmes sich zu irgendeiner Äußerung bewegen ließ. Es schien, als sei er taub und stumm geworden. Sein Blick hastete am leicht flackernden Feuer. Erst als Mrs. Hudson mit dem Frühstück eintrat, wurde er lebendig, aß und trank gut, zündete seine kurze Pfeife wieder an und machte er sich dann in seinem Sessel bequem. Watson hatte, obgleich er darauf brannte, Holmes seine Erlebnisse zu erzählen, bisher nicht gewagt, nur ein Wort zu als Holmes rauchend am Kamin saß, vermochte er aber nicht mehr an sich zu halten. Holmes begann er, sind Sie nun endlich gewillt, sich meinen Bericht anzuhören? Der berühmte Kriminalist antwortete nichts, sondern starrte, gewaltige Züge aus seiner Pfeife paffend in die rosige Glut des Feuers. Watson schwieg, ließ jedoch den ein oder anderen missgünstigen Ton verlauten, einige Minuten verrannen. Da klopfte Holmes seine Pfeife aus, stopfte sie aufs Neue, zündete sie an und wandte sein Antlitz Watson zu. Setzen Sie sich zu mir, mein lieber Watson, begann er, und erzählen Sie mir, was Sie ausgerichtet haben. Leider habe ich nur weniges zu berichten, Holmes, begann Watson. Ich wandte mich zunächst an alle Bäcker, die in der Umgegend unserer schönen Straße der bisher der unglücklichen Frau Williams die Backware geliefert hat. Das Brot wird durch einen Lehrling den Kunden zugetragen und Mrs. Williams hat seit vielen Jahren früh nur Brot erhalten. Backwerk mit Zucker hat der Bäcker nie des Morgens umher tragen lassen. Die Krumen aber, die Sie Holmes auf dem Tisch zusammengefegt haben, bestanden, wie ich selbst gesehen, zu drei Vierteln aus Zucker. Holmes nickte. Gut beobachtet, Watson, fahren Sie fort. So instruiert schlenderte ich in unserer Straße und besonders vor dem Hause Williams auf und ab und ließ mich endlich, wie ermüdet, auf einen Eckstein nieder, der an der Hofeinfahrt steht. Gleich darauf kamen einige Kinder aus dem gegenüberliegenden Hause und spielten in meiner unmittelbaren Nähe Fußball. Na, Holmes, sie wissen ja, unsere Londoner Kinder sind helle, wie der Berliner sagt. Ich ließ mich mit ihnen ins Gespräch ein und begann, sie über die Mordgeschichte zu befragen, von der sie sich aufs Beste unterrichtet erwiesen. Nachdem wir uns des Längeren darüber unterhalten hatten, erkundigte ich mich, ob sie denn niemand hätten in das Haus des Zimmermanns gehen sehen. Und da erfuhr ich, dass um die Mittagszeit ein Mann im grauen Vollbad sie nach der Wohnung des Mr. Williams bei ihnen erkundigt habe. Nachmittag sei dann ein Bäcker Geselle mit einem Korb voll sehr schöner Zuckersemmel das Haus gegangen, worüber sie sich gewundert hätten, weil das früher nie geschehen sei. Auf meine Frage, ob sie auch recht gesehen und der Verkäufer nicht ein Geselle, sondern ein Junge gewesen sei, meinten sie, sie kennen den Bäcker Jungen der ganzen Umgebung und nur diese trügen Ware aus. Der Betreffende habe zwar keinen Bart gehabt, aber er sei kein Junge gewesen, sondern ganz gewiss ein Geselle. Und damit endet ihre Nachforschung Watson. Aber lassen sie sich sagen, dass sie ihre Sache sehr gut gemacht haben. Ich bin sehr zufrieden. Ich kenne jetzt den Mörder der Mrs. Williams wie den der Generalin Greens. Und weil ich für meine nächsten Schritte und für die Verhaftung des Mörders ihre Mithilfe bedarf, so will ich ihnen nicht vorenthalten, was ich bisher eruiert habe. Zunächst aber schauen sie her. die Fotografien von Mr. Wilkins faltete sie wie eine Partikaten zusammen und hielt sie Watson hin. Sehen Sie sich diese Bilder an. Erkennen Sie darunter den Bäckergesellen, der Zuckersemmeln ausgetragen hat? Watson schaute lange und aufmerksam auf die Bilder. Holmes begann er dann. Mir scheint, dass diese Bilder sämtlich ein und dieselbe Persönlichkeit darstellen. Den Bäckergesellen habe ich ja nicht gesehen und konnte dessen genaue Beschreibung durch die Kinder auch nicht erhalten. Wenn er aber darunter sein sollte, dann könnte er dieser hier sein. Und Watson schob eines der Bilder Holmes zu. Er stellte ein bartloses Gesicht dar. Holmes nickte und entgegnete dann, sehen Sie sich diese Bilder genau an, sie stellen nämlich alle Mr. Wilkins da, und zwar in verschiedenen Altersstufen und nun hören Sie gespannt auf das, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Eine Weile schwieg Holmes wie in tiefes Sinnen verloren, mächtige Dampfwolken umkreisten sein Haupt. Dann begann er. Watson, Sie wissen, ein verschobenes Sandkorn kann sich zum Fels auswachsen, an dem das Leben des Verbrechers zerschellt. Sie haben gesehen, wie ich in der Wohnung des Tischlers Williams verfahren bin, aber auf eins scheinen sie kein Gewicht gelegt zu haben, darauf nämlich, dass ich das Bücherregal über dem Bette der Ermordeten durchmustert und dann eine alte Hausbibel herausgenommen und mir Notizen daraus gemacht habe. Ich sage Ihnen, lieber Watson, solch alte Hausbibel sind oft eine Fundgrube für einen Detektiv. Natürlich konnte ich zunächst mit meinen Aufzeichnungen nichts anfangen. Vielleicht waren sie von mir auch zwecklos gemacht. Aber was tut das? Wie manches unternehmen wir mit den besten Hoffnungen auf Erfolg und müssen einsehen, dass alles vergeblich war. Als ich nun heute Morgen Mr. Wilkins im Gefängnis besuchte, hörte ich Folgendes von ihm. Er besaß noch zwei Geschwister, welche die ermordete Tante gleich ihm in ihr Haus aufgenommen, aber leider sehr verzogen hatte. Die ältere Schwester Mary ist in früher Jugend schon verführt von einem Amerikaner unter Entwendung einer bedeutenden Geldsumme ihrer Tante mit dem Liebhaber nach Amerika durchgegangen. Der jüngere Bruder, der Mr. Wilkins, Harry, hat sich hier sehr unnütz gemacht, ist ebenfalls nach Amerika geflohen und soll dort ein Unterkommen in Sing Sing auf Lebenszeit gefunden haben. Diese unnütze Gesell hat zweifellos seine Schwester in Amerika nicht aus den Augen verloren, die wahrscheinlich von ihrem Verführer, nachdem sich dieser ihres Geldes bemächtigt hatte, im Stich gelassen worden ist und später den alten braven Williams geheiratet hat, der mit ihr in seine Heimat London zurückkehrte. Glücklicherweise habe ich bereits gestern Abend noch eine Depesche nach Amerika abgehen lassen, um Näheres über diesen Harry Wilkins aus dem Gefängnis Sing Sing zu erfahren, dessen Direktor ich persönlich kenne. Es ist auch möglich, dass die Mrs. Williams schon einmal verheiratet gewesen ist, denn in der Familienbibel steht der Geburtsname nicht als Wilkins, sondern als White eingezeichnet. Harry Wilkins aber ist aus Sing Sing entweder entflohen oder entlassen. Er hat sich auf irgendeine Weise Geld verschafft, ist nach hier gekommen, hat seine Schwester ausfindig gemacht, was ihm vielleicht nicht schwer geworden ist, und hat dann seiner alten Tante durch heimliche Nachrichten über eine baldige Zahlungsunfähigkeit ihres Bankiers so zugesetzt, dass diese sich entschloss, ihr Geld der Bank zu entziehen. Da er voraussah, dass seine Tante sich das Geld überbringen lassen würde, war es ihm möglich, den Tag festzustellen, an dem sie ihr Vermögen oder doch einen großen Teil desselben im Hause haben würde. Es kam ihm darauf an, seine Schwester und seinen Bruder als Erben zu beseitigen. Seine Schwester durch einen geheimnisvollen Mord, seinen Bruder dadurch, dass er auf ihn, wie es ja auch geschehen, den Verdacht der Ermordung seiner Tante fallen ließ. Nach dessen Verurteilung musste er dann der alleinige Erbe des gesamten Vermögens werden, wenn es ihm nicht glücken sollte, es durch Raub bereits vorher zu gewinnen. Jedenfalls wusste er, wo die Tante ihr Geld verwahrt hielt und dass er durch die Verdächtigung des Bruders es erzielen würde, sich gefahrlos einer größeren Summe bemächtigen zu können. Ich bin der Überzeugung, dass der Schurke sich zur Zeit noch in London aufhält. Er ahnt nicht, dass ich ihm bereits auf der Spur bin. Der alte Mann, der sich nach der Mr. Williams in der Baker Street erkundigt hat, dann als junger Mensch nachmittags dort Zuckersemmeln verkaufte, hat als derselbe Alte in der Bank von England von den gestohlenen 100 Pfundnoten heute Morgen einen Teil umgesetzt. Eine Nachforschung darüber hat aber für mich keinen Zweck und könnte nur die Aufmerksamkeit des Mörders erregen. Davon allerdings bin ich überzeugt, dass dieser baldigst nach Amerika zurückkehren wird, um gelegentlich unverdächtig von dort aus seine Erbrechte geltend zu machen. Ihm ist ja eine sehr bedeutende Summe Geldes in die Hände gefallen, doch wird er entschieden, seine Tante für reicher gehalten haben. Er konnte nicht ahnen, dass sein Bruder bereits viele Tausende von Pfunden verwirtschaftet hat. Außerdem ist der Grundbesitz der Ermordeten mindestens ebenso viel wert, als ihr Barvermögen beträgt. Sehen Sie, Watson, da liegen noch die Fotografien. Betrachten Sie sie genau. Es wäre merkwürdig, wenn wir den Mörder nicht an einer Ähnlichkeit mit dem unglücklichen verhafteten Bruder erkennen sollten. Watson vertiefte sich in das Studium der Bilder. Holmes ließ ihn eine Weile gewähren, dann sprach er weiter. Der Mörder, mit dem wir es zu tun haben, muss in Amerika eine bewunderungswürdige Verbrecherschule durchgemacht haben. Wenn nicht der Zufall es gewollt hätte, dass ich bei dem Tischler Williams den Handfeger mit dem Kopf um Regale gestoßen, so würde auch ich nicht begriffen haben, wie die Verwischung der Fußspuren möglich war. Wie aber alle Verbrecher einen Fehler begehen, so hat der Fuchs auch bei der Generalin einen solchen gemacht. Er hat sich hinter Wilkins, der etwa um zwölf Uhr in sein Haus kam, um seine Tante aufzusuchen und für Geld Geld zu holen, hergeschlichen, offenbar mit der Absicht, die alte Dame im Schlafe durch irgendein Mittel zu betäuben. Letzteres ist ihm nicht gelungen und da die baldige Rückkehr seines Bruders zu erwarten war, musste er zum Mord greifen, um dann schnell seinen Raub auszuführen. Erkannte ja die Verhältnisse und wusste genau, wo die Generalin ihr Geld verwahrt hatte. Die Lage der Leiche ließ auf einen Kampf schließen. Alles andere ist inszeniert. Um den Verdacht auf Mr. Henry Wilkins zu leiten, hat der Verbrecher von innen eine Scheibe eingedrückt, das Fenster geöffnet und sich nach außen hinab gelassen. Beim herbeischaffender Leiter hat er zweifellos den betrunkenen Gärtner entdeckt und diesen dann mit einem Narkotikum stark betäubt. Jedenfalls ist der arme Kerl bisher noch nicht vernehmungsfähig. Wir werden ja später hören, wie viele Spirituosen er genossen und ob er nach dieser Menge zu urteilen sich einen so tödlichen Rausch hätte zuziehen können. Der Mörder hat dann die Gartenleiter benutzt und ist unter Mitnahme des Messers des Gärtners und einer Portion Gartenerde durch das Fenster wieder eingestiegen. Nachdem er das Messer blutig gemacht und neben die Leiche geworfen, hat er in der Angst, entdeckt zu werden mit Gartenerde völlig unnütze Spuren hinterlassen. An zwei Stellen, unbedachterweise unter einem Stuhl und auf der Fensterbank, die er doch überstiegen, hat er sie einfach angestreut, während er im Zimmer selbst die hingeworfen Erde mit den Handknöcheln statt mit dem Fuß niedergedrückt hat. Merkwürdig ist es, dass Mac Gordon diese Tatsache nicht auch sofort erkannte, dass er es auch nicht für wichtig hielt, sich nach dem woher und wohin des entwendenden Besitztums der Frau General umzusehen. Aber er ging von der Überzeugung aus, dass Mr. Henry Wilkins, den er im Zimmer antraf, den Mord begangen und das geraubte Geld irgendwo verborgen habe. Er hatte sich in dieser Anschauung so verrannt, dass er darüber das nächstliegende und wichtigste außer Acht ließ. So, Watson, jetzt will ich zu Mac Gordon fahren, um den armen Mr. Wilkins die Freiheit wiederzugeben. Holmes, wie können Sie das? Einen Augenblick schwieg Holmes nachdenklich, dann fuhr er fort. Darüber später. Machen Sie sich jetzt zurecht, mit mir nach Scotland Jahr zu fahren. Unterwegs will ich Ihnen meinen Kriegsplan mitteilen. Es wird Ihnen Spaß machen. Sie werden eine hübsche Rolle dabei spielen. Wenn englische Verbrecher, welche längere Zeit von hier abwesend waren, wieder auftreten, dann geben sie sich entweder als Franzosen aus, vor denen man bei uns einen tiefen Diener macht und die man nur als Fürsten und Grafen ansieht, oder als für eitle Gentlemen betrachtet. Wir haben unseren Mörder in den ersten Hotels zu suchen, in denen die best situierten Menschen verkehren. Und nun kommen Sie Watson. Holmes nahm mit diesen Worten die Fotografien zusammen, schob sie in seine Tasche und erhub sich. Wenig Minuten später saß er mit Watson zusammen in einem Cap und fuhr der Polizeistation zu, sich über seine nächsten Pläne mit ihm unterhaltend. Sherlock Holmes bei McGordon Es war Mittag geworden, als Sherlock Holmes bei McGordon eintraf. Der Polizeiinspektor sprang auf und schaute den Ankömmling, der mit dem Doktor eintrat, verdutzt an. Holmes schon wieder da, Sie müssen etwas ganz Besonderes ausbaldowert haben. Holmes lächelte still in sich hinein und rieb sich die Hände. Erraten, alter Freund, ich bringe Ihnen den Beweis von der Unschuld des inhaftierten Mr. Wilkins. McGordon blickte den Detektiv erschreckt an. Furchtbarer! Ihnen gegenüber vermag ich nicht zu zweifeln. Wie oft haben Sie mich schon zermalmt. Wollen Sie mich denn auch heute zu Pulver malen? Jetzt brach Holmes in ein herzliches Gelächter aus. Erlauben Sie, lieber Freund, was sollte ich wohl ohne Sie anfangen? Sind Sie es doch, der mich in allen meinen Bestrebungen unterstützt und ohne dessen tatkräftiges Eingreifen ich überhaupt längst nicht mehr lebte? Wahrscheinlich werde ich auch jetzt Ihre Hilfe in Anspruch nehmen müssen, hoffe ich doch bald die Spur des Mörders der Frau General sowie der Mrs. Williams zu finden, denn beide sind durch ein und dieselbe Persönlichkeit ums Leben gebracht. Was? schrie McGordon, diese beiden Mordtaten, die sich in jeder Beziehung so fern liegen, sollen miteinander in Verbindung stehen? Zweifellos, doch lassen Sie uns bei der Sache bleiben. In Ihrem Wahn, dass Mr. Wilkins seine alte Tante ermordet habe, machten sie sich einer großen Unterlassungssünde schuldig. Sie haben nicht danach geforscht, ob die Getötete beraubt worden, wie viel Geld sie im Hause gehabt, wo sie dasselbe abgehoben und ob nicht etwa Scheine bei der Summe gewesen sind, die wenigstens von der Bank ausgebucht worden wären. McGordon blickte seinen berühmten Kollegen wie erstarrt an. Ja, Mr. Holmes, sagte er dann gedehnt, dazu hatte ich ja auch gar keinen Grund. Der inhaftierte Wilkins hatte seine Tante ermordet und das etwa geraubte Geld wird sich schon irgendwo vorfinden oder er wird sich bequemen müssen, das Versteck desselben anzugeben. Hm, machte Holmes, da ist es doch merkwürdig, dass der vergangene Nacht inhaftierte Wilkins heute morgen nach Eröffnung der Bank von England diese Scheine, die der ermordeten Frau General Greens entwendet worden sind, gewechselt hat. Mit diesen Worten trat Schall Holmes zu McGordon hin und legte ihm das Papier vor, auf dem man in der Bank von Wilston Co., die der Frau General ausbezahlten Bons verzeichnet hatte. Sehen Sie, sagte er, indem er mit dem Finger durch Kreuzer angemerkte Scheine bezeichnete, diese zehnhundert Pfundnoten sind diesen Morgen eingelöst worden, wie ich es auf der Bank von England erfahren habe. Die übrigen Noten sind natürlich in anderen Banken gewechselt. Sie werden also mit einer Veröffentlichung der Nummern zu spät kommen. Wären sie in der vergangenen Nacht meinem Winke gefolgt, so säße der Mörder jetzt schon hinter Schloss und Riegel. Verzeihen Sie, aber dieser Kerl, den ich als Verbrecher Genie hoch schätzte, wie noch keinen zuvor, scheint die Londoner Polizei sehr gering einzutaxieren. Sie sind zwar in Grubi an Mr. Holmes, aber verdammt will ich sein, wenn Sie nicht wieder mal Recht haben. Sie wissen, dass ich mich Ihnen immer beuge, aber das nächste Mal tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie einmal mich recht haben. Wahrhaftig, Mr. Wilkins ist unschuldig und aufgrund des vorliegenden Beweises werde ich seine Freilassung sobald wie möglich durchsetzen. Die des alten Williams ist schon verfügt. Darf ich Mr. Wilkins die Nachricht bringen? fragte Holmes. Ich möchte gern einige Worte mit ihm wechseln. Natürlich rief der Inspektor auf den Knopf einer elektrischen Klingel drückend. Unmittelbar darauf trat ein Gefangenen wehrte ein, dem sich der große Kriminalist und der Doktor, nachdem sich beide von McGordon verabschiedet hatten, anschlossen. Wenige Augenblicke später trat Holmes in die Zelle Mr. Wilkins. Nun, mein Freund, rief er dem Gefangenen fröhlich zu, ich habe ihre völlige Unschuld erwiesen, sie werden binnen kurzem frei sein. Wilkins, der auf dem Schenkel vor seinem kleinen Tischchen gesessen, sprang auf, eilte Sherlock Holmes hastig entgegen und erfasste dessen Rechte. Mr. Holmes, ist das Wahrheit? Ich kann von Ihnen nicht glauben, dass Sie mich auch nur einen Augenblick täuschen wollten in meinem furchtbaren Geschick. Nein, Mr. Wilkins, das wäre eine Grausamkeit, deren ich nicht fähig bin. Sie werden in der Tat in kurzer Zeit erlöst sein und diese Freiheit haben Sie mir zu danken. Aber ich erwarte dafür weder Geld noch Dankesworte. Mir liegt es am Herzen, den Verbrecher zu fassen und dazu bedarf ich sehr wahrscheinlich Ihrer Mithilfe. Wollen Sie sich mir nur erkenntlich zeigen, so verlassen Sie, sobald man Ihnen die Freiheit wieder geschenkt hat, keinen Augenblick Ihr Haus, damit ich sie in jeder Minute per Telefon zu erreichen vermag. Wilkins drückte Holmes die Hand. Mr. Holmes, Sie haben Ehre und Leben gerettet, beides gehört Ihnen. Ihr Wunsch ist mir Befehl, dass ich seit dieser verflossenen Nacht ein anderer Mensch geworden bin, sollen Sie zuerst erfahren. Verfügen Sie über mich, ich stehe Ihnen zu Gebote und koste es mein Leben. Holmes drückte die Hände des erregten Mannes und wandte sich zum Gehen. Nachdem er das Gefängnis verlassen hatte, traf er sich mit Watson. So, nun sind Sie über alles unterrichtet, sagte er ihm nach einer längeren Unterredung. Wir fahren jetzt nach Hause, um uns eine kurze Zeit der Ruhe zu gönnen. Ich werde dann das Hotel Amerika beobachten, während Sie das Hotel de Paris überwachen. Sollten Sie irgendetwas bemerken, so senden Sie mir sofort einen der Baker Street Boys. Aufgespürt Nachdem Sherlock Holmes nach längerem tiefem Nachsinnen und eingehender Besprechung mit Watson eine Stunde geruht hatte, verließ er, als fesche Amerikaner gekleidet, dessen Gesicht einen herabhängenden Schnurrbart und graumilierten Kinnbart zeigte, seine Wohnung. Wanderte die Straße hinab und bestieg dann an einem Querwege eine elektrische, die ihn zum Hotel Amerika führte. Melden Sie mich bei Mr. Jumbert, ich möchte ihn sprechen. Sie sind Amerikaner und wünschen hier zu logieren, fragte der Portier sich tiefer neigend. Vielleicht, entgegnete der Ankömmling. Jedenfalls liegt mir sehr daran, den Chef Ihres Hauses zu sprechen. Ich weiß nicht, ob mein Hab und Gut, das ich mitführe, mir hier auch genügend gesichert ist. Aber zweifellos, Sir, entgegnete überzeugt der Portier. Ich werde Sie sofort Mr. Jumbert melden und bitte höflichst, währenddessen ins Pal einzutreten. Kaum eine Minute später stand der Hotelbesitzer sich tiefer neigend vor Sherlock Holmes. Lassen Sie, Mr. Jumbert und alten Bekannten ist solche Färmlichkeit nicht nötig, begann Holmes lächelnd. Erstaunt blickte der Hotelbesitzer auf. Dann plötzlich schlug er laut lachend die Hände zusammen. Mr. Holmes weiß der Henker, Sie haben gar keine besondere Maske aufgesetzt und doch hätte ich sie schwerlich erkannt. Und gleichzeitig schüttelte er den Betektiv kräftig die Hand. Nehmen Sie Platz und sagen Sie mir, was Ihnen am Herzen liegt. Wenn es mir möglich ist, Ihnen gefällig zu sein, so geschieht es. Das wissen Sie wohl aus alter Erfahrung. Oder wünschen Sie vielleicht mein Hotel in Anspruch zu nehmen? Dann sind Sie ja bei uns in den besten Händen. Holmes hatte sich in einen Sessel gleiten lassen. Diesmal Mr. Jumbert komme ich nicht als Gast zu Ihnen, sondern in meiner Eigenschaft als Detektiv. Ihr Hotel steht augenblicklich bis auf Weiteres unter meiner Beobachtung. Es handelt sich nämlich um einen schweren internationalen Verbrecher, einen Mordbuben sondergleichen. Gegenwärtig habe ich nur eine Bitte an Sie. Und Holmes zog die Fotografien des Mr. Wilkins aus der Tasche und legte sie dem Hotelbesitzer vor. Sehen Sie sich einmal diese Bilder an. Sie betreffen nicht direkt einen Gast Ihres Hauses. Ich möchte nur von Ihnen hören, ob etwa einer derselben mit einem dieser Bilder irgendwelche Ähnlichkeit aufweist. Mr. Jambert stützte den Kopf in die Hände und betrachtete aufmerksam und lange Zeit die ihm vorgelegten Fotografien. Dann schob er dieselben zusammen. Mit Mr. Holmes entgegnete er. Diese Bilder stellen allein ein und dieselbe Persönlichkeit dar. Das ist zweifellos. Allein so viel ich auch nachsinne, finde ich unter meinen Gästen keinen, der mit ihnen auch nur die geringste Ähnlichkeit hätte. Umso besser für sie, versetzte Holmes das Päckchen wieder einsteckend. Ich wünsche ihnen, dass der von mir gesuchte Schurke ihr Hotel nicht betritt. Behalten sie aber bitte das in Frage kommende Gesicht in Erinnerung. Sollte ihnen unter ihren Gästen irgendwelche Ähnlichkeit mit demselben auffallen, dann lassen sie es mich sofort wissen, damit Schlimmeres verhütet wird. Sie selbst werden nicht wünschen, dass ihr Hotel durch einen Raubmord in Verruf kommt. Um Gottes Willen, Mr. Holmes, was sagen sie da? Sieht die Sache so ernst aus? Auf jeden Fall, Mr. Jambert. Darum sagte ich ihnen ja schon, dass ihr Haus unter meiner Beobachtung steht. Ich möchte sie schützen. Sie können nichts besseres tun, als mir dabei zu helfen. Mr. Jambert reichte Holmes, der sich erhoben hatte, die Hand. Aber Mr. Holmes, das versteht sie doch von selbst. Ich bin ihnen schon so viel Dank schuldig, dass ich kaum weiß, wie ich diese meine Verpflichtungen gegen sie jemals einlösen soll. Doch nichts weiter, Mr. Jambert, als Mr. Holmes. Und was an mir liegt, so stehe nicht nur ich ihnen völlig zur Verfügung, sondern befehlen sie bitte über mein gesamtes Personal. Der berühmte Kriminalist verabschiedete sich von dem Hotel Besitzer und warnte sich zum Gehen. Sein nächster Weg galt dem Hotel de Paris. Kaum vor dem Portal derselben angelangt, sprang ihm ein Extra Blatt Verkäufer entgegen. Der Mord in der Lassen Sie sehen, mein Junge, unterbrach ihn der Detektiv, gib her. Zugleich griff er umständlich in seine Tasche und suchte nach dem Portemonnaie. Währenddessen hörte er leise geflüsterte Worte, Holmes, ich will des Teufels sein, wenn der Mörder nicht hier im Hotel wohnt. Vor einer halben Stunde kam er in einem Cap. Ich sprang, während er ausstieg auf ihn zu und bot ihm mein Blatt unter dem Rufe Der Mord in der Baker Street Der Mord in der King Street Er schlug mir das Blatt unter dem Rufe Kenne ich aus der Hand und eilt ins Hotel Von einer Viertelstunde hat er es wieder verlassen. Gut, Watson, eilen Sie. Verwandeln Sie sich in einen Kellner und melden Sie sich hier in der Portierloge, wo Sie wohlverborgen auf weitere Holmes hatte inzwischen das Extrablatt an sich genommen und bezahlt. Langsam, als sei nichts weiteres gewesen, schritt er nunmehr dem Portale des Hotels zu und trat ein. Er führte sich hier in etwas andere Weise ein wie im Hotel Amerika. Der Portier war ihm wohl bekannt, in der so wenig Holmes sich auch verkleidet hatte, erkannte ihn der Portier nicht. Holmes war über diese Tatsache einigermaßen verblüfft. Gerade die Portiers der großen Hotel besitzen eine Personalkenntnis und einen Scharfblick für die Klassifizierung der eingetretenen Gäste, die oft selbst dem gewieftesten Detektiv nicht in solchem Maße eigen ist. Als jedoch der berühmte Kriminalist sich bekannt gegeben hatte, verneigte sich der Portier höflichst und sagte, Mr. Holmes, was führt Sie zu uns? Hoffentlich ist es nicht etwas, das unser Hotel in Misskredit bringen könnte. Mr. Water, ich bin noch nicht in der Lage, Ihnen irgendetwas mitteilen zu können. Vorläufig suche ich. Ich kenne Ihr scharfes Auge, Ihre Erfahrung. Melden Sie mich vorläufig einmal bei Ihrem Chef. Wenn es nötig ist, werde ich Sie mit zur Rate ziehen. Ich weiß, ich darf auf Sie rechnen. Bis auf weiteres also, Mund zu! Water eilte davon, den Besucher bei dem Hotelbesitzer zu melden. Kaum zwei Minuten später stand Sherlock Holmes vor dem Selben, der ihm mit großer Liebenswürdigkeit und südlicher Lebhaftigkeit entgegenkam. Mr. Watson, was verschafft mir die seltene Ehre Ihres Besuchs? Nur eine Frage, Monsieur Tour. Und Holmes zog die Fotografien des Mr. Wilkins hervor. Bitte, sagte er, indem er die Bilder vor dem Hotelbesitzer ausbreitete. Sehen Sie sich diese Bilder an. Sie stellen ein und dieselbe Persönlichkeit da in verschiedenen Lebensaltern. Haben Sie einen unter Ihren Gästen, der einem dieser Bilder ähnelt? Monsieur Tour betrachtet der Prüfend längere Zeit die Fotografien. Mr. Holmes mir scheint, dass einer meiner Gäste warten Sie mal, ich meine, es ist der Vicomte Nancy, der diesem Bilde ähnlich sieht. Aber halt, ich will lieber unseren Worte hereinrufen, ob auch er in diesem bartlosen Manne den Vicomte wiedererkennt. Holmes rieb sich vergnügt die Hände. Tun Sie das, Monsieur Tour, zwei Zeugen sind immer besser wie einer. Der Hotelier eilte zur Tür und rief durch ein Klingelzeichen dem Portier herbei, der, mit der Sache bekannt gemacht, sofort auf die vorher bezeichnete Fotografie mit dem Finger tupfte und bemerkte, das ist der Vicomte de Nancy. Holmes schwieg einen Augenblick, währenddessen ihn die beiden Männer erwartungsvoll anblickten. Dann sagte er, sich in seinen Sessel zurücklehnend, Monsieur Tour, Sie haben offenbar die zweifelhafte Ehre gegenwärtig den furchtbarsten und gefährlichsten Verbrecher und Mörder der Welt unter ihrem Dache zu beherbergen. Monsieur Tour wie sein Portier prallten zurück. Mr. Holmes, was sagen Sie da? Ein Verbrecher, ein Mörder in meinem Hotel? Holmes lächelte. Nun, Monsieur Tour, Verbrecher logieren hier und logieren da, aber den größten Schuff der Welt beherbergen zu dürfen, ist doch gewiss ein Vorzug. Indes habe ich ihr Hotel, wie sie sich denken werden, bereits unter Beobachtung gestellt. Wenn Sie sich selbst und der Gerechtigkeit einen Dienst erweisen wollen, dann zeigen Sie mir die Zimmer dieses Vicomte und weisen ein Zimmer neben demselben an. Mr. Holmes, ich weiß, dass Sie mein Hotel nach Kräften schonen werden. Wir arbeiten nicht das erste Mal zusammen und gerade deshalb steht vor diesem Augenblick an mein Haus unter Ihrem Befehl. Ich werde sofort alles nach Ihrem Wunsch arrangieren. Wenn ich nicht irre, ist der Vicomte Nancy gegenwärtig nicht zu Hause, wandte er sich dann an den Portier. Monsieur ist vor einer Stunde etwa ausgegangen, entgegnete der Angeredete. Gut, kommen Sie, Mr. Holmes, ich selbst werde Sie führen. Damit wandte der Hotelbesitzer, gefolgt von Holmes, sich der Tür zu. Beide stiegen eine Treppe hinauf. Oben, vor der elegantesten Flucht aller Zimmer blieb Monsieur Tour stehen. Hier Nummer sechs und sieben logierte Vicomte. Nummer sieben ist ein Schlafzimmer. Die Gemächer werden verschlossen sein. Zugleich drückte der Hausherr auf die Klinke der Wohnzimmertür. Sie war tatsächlich verschlossen. Holmes beugte sich nieder, um durch das Schlüsselloch zu gucken. Allein es war von innen verstopft. Aha, murmelte er, daran erkennen wir unseren Mann. Monsieur Tour, nach welcher Seite hin stehen die Schränke bei Ihnen in den fremden Zimmern? Warten Sie, blicken wir in die Nummer acht hinein, es ist unbesetzt. Zugleich öffnete der Hotelbesitzer die Tür. Sehen Sie Mr. Holmes, ein fürstliches Zimmer und hier links nach Nummer sieben zu. Vor der Tür steht der Kleiderschrank. Prachtvoll, rief Holmes vergnügt, das ist etwas für dieses Zimmer belege ich für unbestimmte Zeit und werde sogleich einziehen. Gehen Sie hinab und erwarten Sie mich unten in Ihrem Kontrohr. Ich bin in zehn Minuten bei Ihnen. List gegen List Nachdem der Hotelier sich entfernt hatte, schloss Sherlock Holmes die Tür hinter sich ab. Schnell wandte er sich dem Schranke zu und rückte ihn von der Tür fort. Dann versuchte er durch das Natürlich verschlossen, sagte er leise, mein Bursche, das nützt dir nichts. Im nächsten Augenblick hatte Holmes ein eigenartiges fein geformtes Instrument aus der Tasche gezogen. Er schob dasselbe vorsichtig durch die Rundung des Schlüssellochs, presste es kräftig zusammen und drehte es. Der Riegel schob sich zurück, die Tür war geöffnet und er wollte gerade eintreten. Da er prallte förmlich Boden vor der Tür einen feinen Staub bemerkt. Er kniete wieder und zog ein Vergrößerungsglas aus der Tasche. Verdammter Schlauberger, murmelte er, hat der Schurke vor die Türen Pulver, wie mir scheint, ist es Arox-Pulver gestäubt. Natürlich würde jeder Eintretende seine Fußspuren darauf zurücklassen, aber so listig der Halunkauch ist, einen Fehler hat er doch begangen. Die Zersträubung ist nicht breit genug gemacht. Zugleich fasste Holmes das neben der Tür stehende Bett Gestell, hob sich empor, turnte daran entlang und gelangte auf diese Weise in die Mitte des Gemachs. Mit schnellem Blick hatte er den Koffer des Fremden entdeckt. Aha, konstatierte er, selbstverständlich nur ein Handkoffer. Für den Schurken heißt es jetzt, auf dem schnellsten Wege entkommen. Und schon kniete Holmes neben dem Koffer nieder, seinen Universal Dietrich in der Hand. Nach kurzem Versuch gelangte es ihm, den Koffer zu öffnen. Vorsichtig hob er Wäsche, die oben auflag, in die Höhe. Es durfte ja nichts berührt erscheinen. Indes, erst nach längerer Untersuchung, bemerkte er ganz unten im Koffer zwei Perücken mit Bart. Die eine derselben war grau, die andere schwarz. Ein schneller Blick in das Innere der Selten ließ ihn eine dort eingepresste Firma erkennen. Dann zog er vorsichtig aus der schwarzen Perücke einige Haare heraus, klemmte sie zwischen seinen Fingern fest und ordnete alles wieder, wie er es gefunden. Zugleich überschaut er den Rand des Koffers. Dieser war oben von einem sechs Zentimeter breiten Metallrand eingefasst, damit das Aufklappen des Deckels ihn nicht abnutzen konnte. Aha, meinte Holmes lächelnd, glücklicherweise kenne ich diese Arbeit, doch wir wollen keine Zeit verlieren. Schnell schloss er den Koffer wieder. Kaum hatte er sich erhoben, als er auf der Treppe ein paar Herren sprechen hörte. Sofort wandte er sich dem Bett zu, tornte an diesem entlang, schlüpfte durch die Tür, schloss sie ab und hatte gerade den Schrank leise vorgedrückt, als die Tür des soeben von ihm verlassenen Gemahs geöffnet wurde und jemand eintrat. Holmes schien für dieses Ereignis kein besonderes Interesse zu haben. Er legte vielmehr die zwischen die Finger geklemmten Perückenhaare auf eine Fensterbank seines Zimmers, zog sein Notizbuch heraus und entnahm demselben ein zusammengerolltes Papier, das die im Fenster der mordeten Frau General Greens gefundenen Haare enthielt. Um sie mit den Erbeuteten zu vergleichen. Nur einen Augenblick betrachtete er durch seine Lupe beide Haarproben. Sie stimmen genau, hier ist kein Zweifel, flüsterte er. Es ist derselbe Schorke, der in der Baker Street mit der grauen Perücke in der King Street dagegen mit schwarzem Haupttaten Mord begangen hat. Nachdem Holmes die Haarproben jede für sich wieder eingerollt und in sein Notizbuch geschoben hatte, schlich er leise zur Tür, öffnete diese unhörbar und begab sich, ohne seine Zimmertür zu verschließen, ebenso unhörbar zu dem Hotelier hinab. Lächelnd kam ihm dieser entgegen. Nun, Mr. Holmes, hab ich's gut gemacht. Ich hatte so meine Gedanken und habe deshalb den Vicomte de Nancy laut sprechend die Treppe hinauf begleitet. Holmes drückte dem Mann die Hand. Monsieur Thur, Sie eignen sich zum Detektiv und wenn mich einmal die Herren Spitzbuben ins bessere Jenseits befördert haben sollten, können sie mein Nachfolger werden. Danke, danke, Mr. Holmes, ich bin durchaus nicht begierig darauf. Sollte mich nur freuen, wenn ein General Schurke dingfest gemacht würde. Der Vicomte de Nancy hat mir soeben mitgeteilt, dass er in einer Stunde essen und dann abreisen wolle. Ist er der Mörder der im Extrablatt genannten Unglücklichen? Dann haben sie nicht mehr viel Zeit zu verlieren, Mr. Holmes. Wahrhaft ich nicht, entgegnete Holmes schnell ans Telefon. Mit diesen Worten war Holmes bereits in das Telefonkabinett drehte er die Kurbel. Polizeistation Scotland Yard. Hier Inspektor Gordon, wer dort? Hier Sherlock Holmes, ist Mr. Wilkins entlassen? Natürlich seit einer Stunde. Sehr gut. Senden sie sofort mehrere bewaffnete Polizisten in Zivil zum Hotel de Paris. Sie haben das Hotel zu umstellen und scharf darauf Acht zu geben, dass niemand es verlasse von dem Augenblicke an, wo ihnen der Hotelier das Zeichen geben wird. Auf mein ihnen bekanntes Signal haben sie sofort nach Zimmer Nummer 6 und 7 im zweiten Stock zu eilen. Wird alles geschehen, haben sie denn, doch Holmes hatte schon die Kurbel gedreht. Verbindung mit Mr. Wilkins King Street Eine Sekunde später rief er Wilkins an. Hier ist Mr. Wilkins wer dort? Hier Sherlock Holmes. Kommen sie stehenden Fußes ohne eine Sekunde zu verlieren, so schnell wie sie können in das Hotel de Paris und zwar in das Portier Zimmer, wo sie weitere Orte erhalten werden. So warnte sich Holmes an den Hotelier, der ihm gefolgt war und der telefonischen Unterhaltung erstaunt zugehört hatte. Jetzt habe ich noch eine kurze Unterredung mit ihrem Portier. Gleichzeitig werde ich ihnen einen neuen Kellner zuführen, der den Vicron de Nancy bei Diner zu bedienen haben wird. Ihr gesamtes Personal hat sich seinen Anordnungen und Winken unbedingt zu fügen. Mr. Hums ich stehe vor einem Rätsel. Dass sie in kürzester Frist gelöst sehen werden Monsieur Tour, jetzt habe ich keine Zeit mehr für sie. Damit eilt er Holmes davon, um in die Portier Loge einzutreten. Hier fand er Watson hinter einem Kleiderregal versteckt und den Portier, der schier verzweifelt in seinem Zimmer auf und ab lief, offenbar in der Meinung der Welt Untergang stehe bevor. Es kostete Holmes eine geraume Zeit, beide zu instruieren und namentlich dem Aufgabe vorzubereiten. Nunmehr zog Holmes sich in das Privatzimmer des Hoteliers zurück, ließ sich eine Porzellanplatte reichen, breitete darauf die Times aus und schnitt mit seinem Federmess eine Reihe groß gedruckter Buchstaben vorsichtig aus. Dann faltete er das Blatt zusammen und begab sich in das Restaurant, wo verschiedene Tische gedeckt standen. Es mochte eine halbe Stunde verflossen sein, als der mit einem Glase Punsch beschäftigt Gene vorüberging. Indem er leise, so dass die große Zahl der übrigen Gäste es nicht vernehmen konnte, flüsterte, der wie Grund wird zugleich speisen. Holmes nahm, ohne eine Minute zu verziehen, die vorher präparierte Zeitung aus der Tasche, entfaltete sie und begann scheinbar zu lesen. In Wirklichkeit aber beobachtete er durch die ausgeschnittenen Buchstaben die Reihe der gedeckten Tische. Einen Augenblick später trat der Erwartete ein. Sein scharfes, listig glitzerndes Auge glitt über die Gäste hin. Dann nahm er, wie völlig sorglos, an einem der Tische Platz und gab, da er nicht sofort bedient wurde, das Zeichen mit der Tischglocke. Sogleich trat ein Garçon heran und fragte unter tiefer Verneigung nach dem Begehr des Monsieur Vicomte. Aber Sie wissen ja, dass ich zu Speisen wünsche. Ich habe kaum noch eine halbe Stunde Zeit. Ich erreiche sonst meinen Zug nicht mehr. Oh, pardon, Monsieur Vicomte, Ihr Diner wird bereit sein, ich werde es sofort auftragen. Und der Garçon verschwand wie ein Wirbelwind, um eine Minute später mit einem Tablett mit auserlesenen Speisen zu erscheinen. Der Gast griff scheinbar sehr hungrig zu, während der Kellner ihn offenbar eifrig bediente. Plötzlich hörte der Vicomte hinter sich die geflüsterten Worte. Mr. Wilkins, sie sind verraten, man beobachtet sie. Klirrer. Die Gabel war dem Speisenden aus der Hand auf den Teller gefallen. Todesblässer überzog sein Gesicht. Nach einem Augenblick schaute er sich langsam um, aber er gewahrte nur den Kellner, der um ihn her hantierte. Langsam, fast mechanisch, griff er wieder zum Messer und Gabel, dann hörte er Abermals Worte, Mr. Wilkins, das Haus ist umstellt, sie sind verloren, nur ich kann sie retten. Geben sie mir einen Teil ihres Raubes und ich führe sie auf sicherem Wege hinaus. Niemand soll sich ihnen entgegenstellen. Einen Augenblick sah der Wikond nach, ohne indes einen Bissen zum Munde zu führen, dann aber sagt er laut nach der Uhr sehend, ich muss mein Diner schließen, ich komme sonst nicht mehr zum Zuge zurecht. Leise fügte er dann hinzu, folgen Sie mir auf mein Zimmer Gasson. Der Gast erhob sich und schritt hinaus, während der Kellner das Tablett, das er trug, mit einigem Geschirr zum Buffet des Restaurants brachte, einen Blick der Verständigung auf Holmes werfend, der den Vorgang aufmerksam beobachtet hatte. Dann folgte er dem Vorangehenden. Nach ihm verließ auch Holmes, der inzwischen seine Times zusammengefaltet und in die Seitentasche des Rocks gesteckt hatte, unbemerkt den Speisesaal. Der Vicomte de Nancy war langsam die Treppe emporgestiegen, offenbar in der Absicht, den Garçon nachkommen zu sehen. Sein Gang war schleppend, die Füße schienen wie gelähmt, seine Brust keuchte, die Hand, die das Treppengeländer umfasst hielt, zitterte merklich. Da stand auch schon der Kellner hinter ihm, doch er wagte kein Wort an ihn zu richten. Auf seinem Zimmer musste ihm ja alles durch diesen jungen Mann klar werden. Schweren Schrittes ohne sich umzusehen wankte er Trepp auf. Nun stand er vor seinen Gemächern, die er verschlossen hatte. Er öffnete die Tür und ein gellender Schrei brach aus seinem Munde. Vor sich sah er seinen Bruder, der mit geöffneten Armen auf ihn zuschritt und laut ausrief, Harry, Harry, so soll ich dich doch endlich noch einmal wiedersehen. Mit abwehrenden Händen und weit aufgerissenen Augen stand der Verbrecher da. Dann plötzlich fasste er in sein Gewand und riss ein dolchartiges Messer hervor. Schurke, brüllte er, du also hast mich verraten, das sollst du mir büßen. Mit einem Satz hatte er seinen Bruder erreicht. Doch bevor noch der Dolch niedersauste, war ihm der Kellner in den Nacken gesprungen, hatte er seine beiden Handgelenke erfasst und sie nach rückwärts gebogen. Im selben Augenblick aber war auch die Seitentür des Zimmers aufgeflogen und Holmes stürzte herein. Sofort war auch er dem Mörder in die Arme gefallen und noch ehe dieser einen Laut von sich geben konnte, fühlte er die stählenden Fesseln an seinen Handgelenken. Jetzt allerdings schien dem Verbrecher die Besinnung zurückzukehren. Eine furchtbare Wut hatte ihn erfasst. Mit mächtigem Fuß Tritt schleuderte er Holmes zurück, sodass dieser gegen die Wand taumelte. Einen Moment schien es, als müsste der große Kriminalist ohnmächtig zusammensinken, dann aber raffte er sich auf. Sein Auge leuchtete finster und drohend. Mordbube, also auch die Beine muss ich dir fesseln. Nun, wie du willst. Und kaum hatte er ausgesprochen, als sich der Garçon, der niemand anders als Watson war, auf den Verbrecher geworfen und ihnen um die Beine eine Stahlfessel angelegt. Jetzt richtete er wie Grund den Ansi sich so gut er konnte auf. Was gibt Ihnen das Recht, mich zu fesseln? Ich bin ein freier Müssen Sie sofort die Ketten, ich werde mich bei unserem Gesandten beschweren. Nun trat Holmes mit untergeschlagenen Armen vor ihn hin. Sein zornig flammender Blick schien den Verbrecher durchbohren zu wollen. Harry Wilkins, Sie verraten sich merkwürdig leicht. Sie sind also kein Franzoser, sondern Amerikaner, aber sie sind auch kein Amerikaner, sie sind Engländer, doch einerlei jetzt. Ich verhafte sie als vielfachen Mörder, für England aber als den Mörder der Mrs. Williams in der Baker Street und als den Mörder der Frau General Greens in der King Street. Ein höinisches Gelächter kam über die Lippen des Gefangenen. Sie sind verrückt, wie wollen sie mir solche Morde nachweisen? Holmes schien versteinert zu sein. Nicht ein Muskel zuckte in seinem Gesicht. Barry Wilkins begann er und seine Stimme klang wie rollender Donner. Ich bin ihnen Schritt für Schritt gefolgt. Am 28. vorigen Monat sind sie durch ihre Verschlagenheit aus Sing Sing entkommen, haben am selben Tage den Rentier Twist in seinem Garten ermordet, ihn in das Nae Bosket geschleppt und seiner Barschaft sowie seiner Kleider beraubt, ihre Zuchthauskleider aber bei ihm zurückgelassen. So dann haben sie sich in das Ausstattungsgeschäft von Jamkins und Brothers begeben und sich dort vom Kopf bis zum Fuß neu eingekleidet und um ganz sicher zu entkommen, haben sie dann auch noch das Geschäft des Haarkünstlers Thompson aufgesucht und sich hier mit zwei Perücken und Beerten die einen grau die anderen schwarz ausgerüstet. Darauf haben sie sofort den Dampfer Neptun bestiegen und sind am vierten dieses Monats hier in London angelangt, wo sie, nachdem sie die Wohnung der armen Mrs. Williams erkundet, diese erst vergiftet und dann aufgehängt haben, während sie die vortreffliche Frau General Greens, der sie so viel verdanken, in bestialischer Weise ermordeten, in der schändlichen Voraussetzung dadurch gleichzeitig ihren Bruder Henry an den Galgen zu bringen. Glücklicherweise konnte Sherlock Holmes diese gefährlichen Folgen noch vereiteln. Es wäre interessant gewesen, das Minenspiel des Gefangenen während dieser Worte Holmes fixieren zu können. Bei dem Namen Sherlock Holmes blitzte es wild in seinen Augen auf. Ach, verdammt, rief er, Sherlock Holmes, diesen Schocken habe ich gehasst. Jetzt flog ein Lächeln über Holmes Gesicht. Nichts kann mir angenehmer sein, sagte er, die Hände reibend, als von den Verbrechern gehasst zu werden. Ach, sie selber sind der Schurke, das hätte ich ahnen sollen, sie während dem Tod nicht entgangen, aber was wollen sie denn von mir? Was sie da sagen, ist ja der pure Unsinn, schon das vortreffliche Sing-Sing habe ich nie gekannt. Holmes griff in die Tasche und zog ein Telegramm hervor. Hören sie doch, Harry Wilkins. Sobald ich sie als Mörder erkannte und von ihrem Vorleben erfahren hatte, telegrafierte ich an die Direktion des ihnen sowjeten Sing-Sing. Sehen sie, hier ist die Antwort. Und der Detektiv las vor. Harry Wilkins, am 28. vorigen Monats entsprungen, hat darauf den Rentiet Wist ermordet, beraubt, entkleidet und ist seitdem verschwunden. Wo sie geblieben sind, werden die Herren dort, die sie vermissen, durch mich erfahren, denn ich weiß es. Wieder lachte der Verbrecher höhnisch auf. Ah, sie spielen sich ja so gern, wie mir bekannt, als der Allwissende auf. Gut dann, schießen sie los. Ich bin nicht Allwissen und möchte es als Mensch auch gar nicht sein, aber als alter, gewiegter Verbrecher sind sie bodenlos dumm verfahren. Zunächst zeigen sie mir die Sohlen ihrer Stiefel. Holmes bückte sich und legte schnell einen Maßstab an die Sohlen des Verbrechers. Stimmt, rief er dann sich erhebend aus, Mr. Wilkins, Sie hätten bedenken sollen, dass man eine Fußmatte nicht umkehren darf, wenn man einen Fußtritt darauf zurückgelassen hat, wie Sie es bei Mrs. Williams dummerweise getan haben. Außerdem hätten Sie als so geschickter Halunke sich längst andere Stiefel anschaffen sollen, denn an diesen steht groß und deutlich Stempel Stempel der Stempel mir wohl bekannten Ausstattungshauses Gong und Seher und hinter dem Kragen ihres zurückgewungenen Rockers, das nicht sie, sondern ich kenne. Die Firma aber, der sie ihre Perücken und Beerte entnahmen, steht ja sehr leselich in den ersteren verzeichnet. Bei diesen Worten Holmes waren dem Verbrecher die Augen aus dem Kopf getreten. Jetzt aber schnell der förmliche empor. Was? Sie sind bei meinem Koffer gewesen? Was haben Sie sich unterstanden? Sherlock Holmes rieb sich lächelnd die Hände. Ja, Harry Wilkins, ich habe ihren Koffer längst eingesehen, trotz der List, die sie gebrauchten, indem sie Arox-Pulver vor den Türen zerstäubten. Können sie denn fliegen? Das nicht, aber turnen kann ich. Und da sie so unvorsichtig waren, das Pulver nicht durch die ganze Stube zu streuen, so konnte ich mithilfe ihrer Bettstelle um dasselbe herumturnen. So, und nun wollen wir einmal die Perücken hervorholen. Und Holmes Blick flog zugleich zu Watson hinüber, der hinter dem Rücken des Verbrechers stand, von diesem ungesehen und die ganze Unterhaltung, die in Wirklichkeit nur ein fein durchführtes Verhör darstellte, in seinem Notizbuch stenografisch niederlegte. Unterstehen Sie sich, brüllte der Mörder wutschnaubend. Oh ja, Wilkins, ich muss Ihnen notwendig die schwarze Perücke vorlegen, um Ihnen zu beweisen, an welcher Stelle er das Büschelchen Haare fehlt, das Sie am Fenstergriff beim Hinausteigen aus dem Zimmer der Frau General Greens eingeklemmt und verloren haben. Holmes hatte sich während dieser Worte zu dem Koffer des Verbrechers gewandt und denselben vermittels seines Universal Dietrichs geöffnet. Ein Griff und die Bärte und Perücken flogen dem Verbrecher ins Gesicht. Hönisch lachte dieser auf. Und was beweisen die? Kann ich nicht so viele Perücken mit mir führen, wie ich will? Jetzt sah ihm Holmes lustig in das wutverzerrte Antlitz. Oh ja, Miss Vic und den Tatsächlich ist es mir weniger um die Perücken als um das Geld zu tun, das sie geraubt haben. Aha, hätte ich es geraubt, so hätten sie jetzt die beste Gelegenheit, es bei mir zu finden. Tatsächlich aber trage ich nicht mehr Geld bei mir, als ich zur Zeit brauche und für meine Rückreise nach Amerika notwendig habe. Ein verschlagener Geselle wie kaum ein Zweiter sind sie doch falscher wie Grund. Aber wie schon gesagt, es ist ein Glück, dass sie mich unterschätzt haben. Zufällig kenne ich als gewiefter Detektiv die Tricks der amerikanischen Raubgesellen. Tricks? schrie die Geselle auf. Welche Tricks? Holmes Holmes wandte sich, ohne auf diesen Verzweiflung Streit zu achten, wieder dem geöffneten Koffer zu, klemmte seine Daumen auf beiden Seiten die Wandung des Koffers zusammendrückend unter den auf dem Rande liegenden Metallschutz und klappte diesen, der von einer starken Feder gehalten wurde, zunächst auf der hinteren Seite des Koffers zurück. Dann folgten die Schrägseiten und darauf die Vorderseite. Nun schob er seinen Mittelfinger in einen sichtbaren schmalen Spalt, der sich unter der Metalllagerung zeigte, hob den inneren Koffer heraus und siehe da, von allen Seiten fielen schmale Bündel und Wertpapiere in den äußeren Koffer hinein. Ah, rief der berühmte Kriminalist aufspringend, da ist ja auch noch ein Bündel der geraubten hundert Pfund Noten. Sie ahnten wohl, dass die Nummern derselben auf der Bank von Willstone Co. notiert sein würden. Sie hätten sonst nicht solche Eile gehabt, den größten Teil derselben in diese geringwertigen Noten umzusetzen. Homes zu lassen. Wenige Minuten später drangen Polizeibeamte mit Revolvern in der Rechten in das Zimmer. Sherlock Holmes winkte ihnen beruhigend zu. Die Hauptsache ist erledigt, Gentlemen. Wollen sie die gefesselten Mordbuben hier in einem Polizeiwagen, der wohl in der Nähe halten wird, dem Gefängnis zuführen? Wunderbar. Das Erscheinen der Beamten schien den Verbrecher plötzlich zu sich gebracht zu haben. Er fuhr die sich zu ihm herabbeugenden energisch an. Konstabler, sie sind zwar in Zivil, aber doch muss ich annehmen, dass sie Beamte sind. Ich, ein freier amerikanischer Bürger, suche sie, jenen Menschen dort. Und sein flammender Blick fiel auf Holmes sofort zu verhaften, mich aber freizugeben. Ich werde sie begleiten, um vor der entsprechenden Behörde den schändlichen Justizirrtum, der hier obwaltet, aufzuklären. Wird schon geschehen, entgegnete einer der Polizisten, die sich lachend zu dem Gefesselten herabbeugten, um ihn aufzuheben. Ganz recht, Wax, warf Holmes ein, wird schon geschehen, und damit es geschehen kann, rate ich ihnen, dem Gefangenen auf keinen Fall eine Fessel abzunehmen, ihn auch aufs genaueste zu untersuchen, wenn sie ihn ins Gefängnis abliefern. Er ist der listigste und verschlagenste Verbrecher der gesegneten drei Königsreiche. Endlich doch eine Anerkennung, schrie höhnisch der falsche wie Kunt. Aber warte nur, Schurke, kommt Zeit, kommt Rat, wir treffen uns wieder, und dann weht ihr. Nicht mir, sondern dir, Bursche, wir werden uns wieder treffen, denn ich werde dabei sein, wenn du an dem Galgen gehängt wirst, entgegnete empört Holmes. Ohne Sorge, lachte Becks, der mit den übrigen Polizeibeamten den Gefesselten aufgehoben und ihn bereits der Tür zugetragen hatte. Wir werden für diesen Gentleman bestens sorgen. Es kommt mir vor, als schwebe er in höchster Lebensgefahr, da bilden eiserne Gitte immer ein sicheres Versteck für solche Gefährdeten. Einen Augenblick sah Holmes den Männern nach, dann warnte er sich Henry Wilkins zu, der, die Hände vor das Gesicht gepresst, in einem Foteuil zurückgelehnt da saß. Zwischen seinen Fingern rollten schwere Tränen herab. Holmes legte ihm die Hand auf die Schulter. Mr. Wilkins, es hat mir sehr weh getan, Ihnen diesen schmerzlichen Auftritt bereiten zu müssen. Allein ich musste es tun, um den Verbrecher unbestreitbar zu überführen, dass er ihr Bruder und gleichzeitig Mörder ihrer Angehörigen ist. Sie selbst haben erlebt, wie er sich verraten hat. Wären sie ihm vor Gericht entgegen getreten, so hätte er sie auf jeden Fall verleugnet, er würde weder sie noch ihre Familie gekannt haben. Der Verbrecher ist ihr Bruder, das ist furchtbar für sie. Seien sie aber stark genug, sich zu sagen, dass ein durch eigenen Willen Verworfener, selbst wenn es ein so nahe Angehöriger ist, von ihnen verachtet werden muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie diesen Bruder Harry selbst von sich gestoßen haben würden. Henry Wilkins erhob den Kopf und ergriff Holmes Hände. Mr. Holmes, Sie haben mir das Leben gerettet, sagte er aufstehend. Und was noch mehr besagen will, die Ehre. Jetzt geben Sie mir auch Mut und Kraft zurück, wieder ich selbst zu sein. Ich war bisher ein leichtsinniger Mann, leichtsinnig geworden durch die Güte und Nachsicht meiner armen lieben Tante. Von heute an werde ich ein anderer sein. Gebieten Sie über mich und alles, was ich besitze. Mein lieber Wilkins, was ich in diesem Falle getan habe, ist doch nur meine Pflicht gewesen. Ich hasse das Verbrechen und stehe mit Freuden stets denjenigen bei, die unschuldig in Gefahr geraten. Sie haben mir nichts versprochen, als machen. Sie werden zweifellos der Erbe ihrer Tante sein. Wohlan, so stehen sie dem Mann ihrer ermordeten Schwester tatkräftig zur Seite. Er verdient es, denn unter seinen treuen und sie schirmenden fleißigen Händen hat ihre Schwester ein glückliches Leben geführt, ganz in ihrer Nähe. Ein so glückliches Leben, dass sie sich nie veranlasst fühlte, ihre Tante anzusprechen. Sie allein sind in vollem Genuss der Güter und der Güte der Frau General Greens geblieben. Der Mann ihrer Schwester ist nach dem Verlust seiner Gattin völlig zusammengebrochen. Geben sie ihm jetzt das, was sie ihrer Schwester geben würden, ihre Zuneigung und ihre Fürsorge. Henry Wilkins nickte nur. Reden konnte er nicht. Aber in dem Händedruck mit dem er des berühmten menschenfreundlichen Detektivs Finger umschloss, lag ein festes Versprechen. Noch einmal nickte Sherlock Holmes dem Mann zu, von dessen Haupt seine Tatkraft und Genialität ein schweres Geschick abgewendet. Dann öffnete er die Tür, um gefolgt von Watson leise und unauffällig zu verschwinden.